Heyo. Oh, war der falsche Charakter. Ups, äh, Moment, äh, 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 also gar nicht. Heyo. Erinnert so. Au. Na, was geht ab? Oh, ne Maden. Weißt du, jedes Mal, wenn ich bei irgendjemand reingeguckt habe, ganz cool, also bei Kevin oder bei Birna, ich glaube auch bei Mina, waren sie, äh, in einem Gebiet mit 50.000 blauen, also mit 50.000 Töpfen. Und ich denke, ich kann mir denken, dass es dieses Gebiet hier war. Die sind irgendwo bei den Töpfen herumgesprungen. Oh. Ah, den Kerker hast du auch Kevin gesagt, Eisler. Da ist einer. Jetzt nicht mehr. Ah, es geht, ey. Alter, wo, wo, wo? Du hast mir das... Da hin. Aber wieso habe ich nicht da nachge... Oh Gott, ey, wieso bin ich hier... Ich dachte, hier ist es noch so viel weiter runter. Weil hier halt eben auch Gift ist. Oh, dabei könnte hier einfach der Weg durch sein. Ja. Gott, ey. Das würde es ja dem so viel einfacher machen. Danke, danke für die ganzen gefrorenen Maden. Nicht, dass ich die... Bräuchte. Ich habe es halt bei Kevin gesehen, deswegen habe ich... Ja, danke, 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 danke dafür. Ich glaube sonst... Äh, ja, ne. Wäre ich halt eben... Den Weg hier irgendwie... Er hätte auch sein können, dass es halt eben das dann da so lang geht, ne. Das wäre halt eben so extrem. Wobei, das hier halt auch schon irgendwie seltsam... Ne, egal. Akzeptieren wir es einfach, ne. Sie war mir immer bei seinen Nomaden. Hallo? Weint. Ah. tut mir leid dass ich beim mittagessen störe tut mir nicht leid ist das hier ein kühlhaus oder warum ist es hier überall kalt wie saßt du bei dir stadtfest so bitte nicht das glas alles nur das nicht ja echt immer so der glas trennen verspreche ich werde das nie wieder tun ich höre ich werde leben wie ein heiliger mit ihr müsst mir vergeben vergeb mir bitte werde erdbraun glas in grün glas reingeschmissen oder schlimmer in weiß glas du wohnst ziemlich nah dran daran an sowas anscheinend wenn du einen breakdancer bei dir hörst ich habe gedacht das liegt doch nicht einfach ein item ohne dass hier ein gegner man kommt und man merkt dass die hier so viel leichter sind als die in der festung hier 500 meter sei es ist nicht sehr viel obwohl das schon echt doch schon echt weit ist dafür dass es noch hörst und auch einen anderen weg gehen können um da oben drauf zu kommen weil ich glaube da oben gibt es nicht so weit ich sehe ich habe oben nichts gesehen Peter, das sieht viel weniger aus. Komischer Kerker, Rheinfleisch, danke. Oh, hi. Riesig das Gebiet, einfach nur riesig. Ow. Wow. Genau das hier müsste ungefähr das gewesen sein, was ich gesehen hatte. Die Viecher sind so seltsam. So widerlich, als ich sie erst mal gesehen habe, boah. So widerlich. Börder schreibt, ja, da bist du gerade. Genau, ja. Habe ich nicht entdeckt gehabt. Erst gestern dann. Aber auch nur danke, Natsu. Natsu schreibt, Joku darf für Kämpfer mal geguckt, ob es neue Enchantments für Waffen gibt und hat durchgesehen, wie viele neue Zauber und Anrufungen es gibt. Okay. Wie viel? Jawohl. Wenn ich das nicht wissen will, ist, äh, schreib es doch auf Discord. Ich habe das ja nicht mehr bei Zufall entdeckt, Börner, das ist es ja. Hast du den Geisterflammendrachen bekämpft, äh, Börner? Ah, der, der, so, du hast auch nicht erwartet, dass der, dass die Art von Drachen so viele neue, äh, Moves haben. Das war cool, als, als, äh, aus dem Hauptspiel. Hast du ihn allein gekehrt? Ja, ich, 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 ich habe gar keinen Bock irgendwas alleine zu machen. Das ist teilweise echt anstrengend, das Spiel, als du das gilt sie. Aber du weißt, verwirrend das überall. Ah. Das, wenn er aufstampft, dass auch Flammen kommt und so, äh, ne, das ist schon. Obwohl das, das wird aufstampft und dass da Flammen kommt, das kennt man von Eskil und von Borealis. Der hatte sowas ja auch. Aber das seitdem der auch seine Nahkampfangriffe halt eben, äh, verbessert worden sind. Oder so ein Doppelspruchangriff halt eben. Auch schon cool. Geht's hier jetzt weiter oder geht's jetzt nicht weiter? Soll ich mich hier drunter weiter umgucken? Ich weiß es nicht. Wie sehen das dann, wie komme ich dann auf das Item ran? Ah. Auf jeden Fall Spaten, definitiv. Ah. Hier rüber vielleicht. Nee. Ich guck gleich nah zu. Danke dafür auf jeden Fall. Ja. Das ist ja kein extremer Spoiler in der Hinsicht. Du, ihr seid immer noch widerlich. Hört auf damit. Hier bin ich schon. Hab ein bisschen Ruhe. Äh, dazu. Eieieieiei, ach du Scheiße, das ist ... mehr als ich dachte. Man kennt ja den, die Töpfe halt nur mit den Töpfen drumherum, ne? Aber das hat diese ... diese innere ... Oh, Gott. Als ich das erste Mal gesehen habe, ach du Scheiße. Okay, dann scheint diese Tür da wirklich der einzige Weiterweg zu sein. Nach der ersten, das ist ein Schleim oder sowas, ja? Nee, nee, ich, ich, äh, ich, ja, ja, gut, ne? Du dachtest, das war, weil du wahrscheinlich die hier ist erst mal getroffen. Ich hab die woanders getroffen und da, äh, waren sie halt eben im Topf und dann ist er, äh, gesprungen und ist der Topf zerplatzt und ... Dann kam das Ding da raus und dann, boah, nee. Da wusste ich, dass es halt die Töpfe sind. Das ist halt eine andere Situation. Er ist schon auf jeden Fall echt heftig. Weil die auch anders aussehen, ne? Die sind ja um unten, die sind ja gedreht. Das ist ja nicht so wie bei denen. Sondern bei denen ist die Öffnung ja unten. Deswegen ist es so seltsam. Ne? Von dieser Greifangriff. Hallo? Genau das da. So ein Vieh war das. Da kam, kam gesprintet und ist verplatzt. Und hat diese Brückchen rausgepfeffert. Aber das war echt edelig. Oh. Und die Höhlen, Katagomben, Schmiede, was auch immer. Sie sind so riesig. Ich mag die Schmieden gar nicht. Kein Fan davon. Diese Steinviecher da. Du hast wahrscheinlich auch schon eine Schmiede gehabt, oder? Äh, Bonner? Boah, ich zu viel erzähle. Ah, okay. Äh, ich könnte dir sagen, wo die ... Wo eine ist. Aber ich glaube, du willst es selber entdecken. Von daher werde ich nichts über Schmieden sagen. Ich sag nur so viel. Ähm ... Äh, äh, dazu dann. Äh, gleich. Äh. Äh, 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 äh. Krit, äh, äh, ne ... Wenn du, wenn du eine Schmiede hast, äh ... Es gibt einen Hinweis. Aber versuch nicht zu kritten. Ich sag's mal so. Ich mach 500 bis 700 Schaden. Ich Kritte, 300 Schaden. Würde ich normal weiter draufschlagen, würde ich mehr Schaden machen. Äh, äh, warum ... Ich versteh nicht, warum Krit einfach keinen Schaden macht dabei dann. Mehr, mehr will ich dazu nicht sagen. Also, du wirst es selber merken. Äh, 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 äh. Altmenschen-Schwertmeister-Unster. Ah. Okay. Was ich cool finde, dass es neue Fette gibt. Okay. so ein Onzen Jungen dann gehen wir nochmal die Wege entlang wenn er zu sagt, dass es hier noch mehr gibt die Gegner müssen ja nicht respawn sein, ich habe mich ja nicht herangesetzt Ab Burner, warst du schon im Schloss drin? also westlich? war der Gegner respawn? doch der scheiß dann mir auch ansetzen, dann setze ich mich auch ran wenn die Gegner respawn sind ok damit du nochmal die Statistiken siehst ist schon keine Ahnung ich werde hier noch bis 90 gehen und den Rest mache ich dann einfach Kraft hoch einfach damit ich ein bisschen mehr Leben habe mit der Zeit ah ja gut, das habe ich bei dir noch gesehen der Bruder von Kilak vom Namen her irgendwie line ich glaube gestern habe ich den coolsten Boss getroffen unerwartet aber ich fand ihn so cool vom Design her vom Kampfstil her von der Optik war er ja seltsam aber sonst war er cool Prinz Eisenherz von dem Prinz Eisenherz äh da ging es weiter so und dazu sagt in dem Raum hier glaube ich war der hier? ne noch nicht der Raum hier da auch noch was habe muss ich über andere Töpfe runterspringen? war ich da oben schon drin? ich glaube schon ah ja genau das war der Raum so dann versuchen wir es nochmal ja aber du hast gesagt dass hier oben auch noch was ist von daher muss ich da auch noch gucken ja auf den Topf unter mir muss ich den da nein ich sterbe machs gut gut ich gehe mal kurz auf Flo bis gleich so bitte da was ist das hier? und irgendwas auf dem Mikrofon was ist das? oh uff war nur ähm weg wow danke für die B und Burnout kannst auf jeden Fall gespannt sein was du noch alles entdeckt das ist äh ja spätestens bei der Raufwassertapete viel Spaß da Raufwassertapete hat mich wirklich gebrochen da hatte ich keinen Spaß mehr oh ah 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 gott da o irgendwie wieder hier und tschüss egal ob ich die ruhe jetzt verliere dann hier ist es bei dem hohen level macht es mir auch nichts mehr aus und ein bisschen ungeduld hat auch mit reingespielt jetzt gerade ich meine das ist eine ich weiß nicht nur so eine goldene ruhe jetzt irgendwie ein fühlt sich an dem verschwendung an im hauptspiel hat es noch was gebracht aber jetzt hier so wird sich nicht mehr so toll an entschuldigt ja so oft wie man hier stirbt genau dazu und danke fürs gesundheit und danke fürs wb bei dem den weg und einfach nur da lang laufen und wo soll ich jetzt was sein außer dem top gut etwas aus jetzt muss ich weit meister zu ende trinken da ist eine kiste ja was ich was ich auch sagen möchte was ich ein bisschen schade finde ist wie die also wie man den charakter hier verstärkt ich hätte mir wirklich gewünscht dass man die waffen noch weiter verstärken kann oder sogar rüstungen man upgraden kann das ist so wie bei dark souls 1 und 2 ist da fand ich es gut dass man die rüstung upgraden konnte ist schade das ist halt eben so du findest dieses skado baumfragmente und irgendwie war es das das war hier runterspringen da nicht ein bisschen irgendwie verschwindung klar war es angekündigt aber ich finde es trotzdem dass man so hätte gerne noch mehr gehabt Oh No Au Au Also man kann wirklich Und die Skadu Warum Sachen sind echt heftig Weil 1059 Stärke schon Schon echt absurd So und die sind Hier runter wahrscheinlich Ja Ja So Okay dann tötte ich ihn halt eben wenn ihr es wollt Ja schön Und jetzt Oh Hätte man drauf bleiben müssen Tatsächlich Ja woher sollte ich das wissen ne Äh Woher sollte man das wissen Ich glaube jetzt weiß ich warum Burner äh Geschrieben hat dass es dreimal gemacht hat Also hier so dreimal die Dungeon entlang gegangen ist is z w Ach so, sorry. Er muss einmal zur Kiste und dann einen Weg finden, wie man zu der Stelle kommt. Ah, okay. Ah. Hui. Hui. Tschüss. Mach den Weg frei. Ja, Bernard, du lässt hier wirklich viel Zeit, also du guckst dich gut um. Das hat man schon öfter bei dir mitbekommen. Von daher findest du alleine auch die meisten Sachen. Ah, es geht nach oben. Soll ich damit irgendwas machen? Zeit aktiviert. Ah. Oder ist das für den Fahrstuhl? Das ist für den Fahrstuhl. Ah. Das ist für den Fahrstuhl. Oh. Großes Gefäß. Oh. Ja, okay. Sogar schwerer. Das ist für den Fahrstuhl. da, auf das sie eines Tages das Heilige wiedergeboren werden. Dies ist der Kreislauf aus Tod und Wiedergeburt in die Hände der Sterblichen gelegt. Let me solo her, wird er sich freuen. Ich hab's hier auch halt den Boss gibt, der, äh, den alle ultra schwer finden. Und dann hier, let me solo her, dass er sich dafür, ja, dann mal so einsetzen wird. Ah. Okay. Ah, ja, dann, dann kann ich ja raus hier, ähm. Oh, ist gut nach so. Ah. Ah. Links. Oh, hier war ja eine Tür verschlossen. Aber irgendwo war noch die andere Tür. Hi. Oh, da ist noch eine Dövenkopfbessie. Oh. A great anxiety welled up within. Forgive this old woman her foolish fears. Tis such relief I cannot express. After an eternity of the mind, her voices have at last reached the heavens as evinced by thy gracious arrival. Oh. Oh. I implore, vessel of the sacred beast, have my son accompanied me to war and dance thy dance of beauteous color. Take vengeance upon Mesmerite's lot. They who betrayed us, I, they who burned us, let them face in thy wrath, they're just desserts. My song will I sing, in service to thee. Oh, sculpted keeper, channel thy color into the most resplendent of dances. My song will I sing, in service to thee. Oh, seek my song. Oh, horned dead beast from higher sphere delivered, we beg of thee to dance and cavort, dance and cavort, cleanse all the top. Oh, horned dead beast from higher sphere delivered, we beg of thee to dance and cavort, dance and cavort. So, und jetzt noch das, äh. Oh. Es war irgendwo, irgendwo bei der Brühe. Aber wo? Ging ich nochmal, kam ich nochmal runter? Da ging es relativ gerade runter, und da gab es auch nur irgendeine Tür. Ah. Wie gut komme ich eigentlich mit dich? Oh, ich jetzt, klar. Ob ich weiß es. Jetzt hätten wir Schaden, den ihr von mir bekommt, wenn ich weniger von euch bekomme. Ja. Ja, also, ja, die Unterschiede sind heftig. Ich bin, 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 ich bin Massiver Unterschied. Boah ja. Hm. Da kann ich eigentlich beide Hellebaden ausgerüstet haben oder ist das dann zu schwer? Ja. Große Last. Ah, hier war ich gar nicht drin. Ich weiß, dass da noch eine ist. Ja, nein. 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 Noch einen Bogen. Danke. Oh, ich frag mich echt, wo das nochmal war mit der anderen Tür. Oh. Das machen die also. Hab das jetzt auch mal mitbekommen. Bin schon ein bisschen erschrocken. Brunnen, Brunnen, Brunnen. Ah. Ja, ich weiß wo. Oh. Oh. Oh, das hab ich auch noch nicht entdeckt gehabt. Lasse ich meinen linken Arm zurück? Okay. Was ist an der Blumenstrauß? Die Angriffskraft, wenn ein beschworener Geist stirbt. Okay. Wir können mal über den Bogen ein bisschen was lesen. Ein primitiver Kurzpunkt aus kranken Knochen. Ein Medium für den Geisterruf und Produkt der Urheiltenhexereien des Turms. Ein Talent, das Pfeile mit rachsüchtigen Geistern durchdrängt, bevor es einen Pfeilhagel abfällt. Durchsträngte Pfeile jagen die Feinde, bis sie durch die Luft schneiden. Alter, klingt echt cool. Kann ich sogar nutzen? Uh. Wo habe ich das Gewicht dafür? Ne. Ich will es mal ausprobieren. Das sind die verfolgende Pfeile, die man einfach dann hat. Das ist ja geil. Oh, der schießt, Alter, schießt der schnell. Oh, das ist cool. Oh, das ist ja ultra geil. Oh. Du hast zwar 3 FP, aber das ist ja... Ei, ei, ei. Das ist ja... Das ist sehr heftig. Oh. Das ist ja wirklich heftig. Komm, wir inversieren mal Kevin. Yay. Die Shotgun haben wo es gefunden. Oder meinst du die von dem einen Geist? Dieser... Oder meinst du die... Pfiuh. Ja. Ah. Ja gut, wahrscheinlich dann irgendwo in diesem Gebiet hier unten, ne? Wenn er da ist. Da war ich ja nicht. Wo war der... Der Brunnen war auch irgendwo hier unten, ne? Nope. Die bitte gefunden. Okay, wo... Wo... Okay, äh, nahrzu... Wo hat er die gefunden? Im Schloss? Hier oben? Äh... Also ich... Hä? In der Festung hier? Oder liegt die hier herum? Nehmen wir... Also muss die da irgendwo sein? Okay. Dann gehe ich gleich nochmal da hin. Aber erstmal... Wo war der Brunnen hier? Wo war der? Wo war der? Also... Also wenn jetzt das damit nicht geöffnet wird, dann... Ja gut. Ja, keine Ahnung. Ist halt immer noch ne Frage. Ähm... So, das hier muss ich mir auch noch merken. Das habe ich ja dank Burner mitbekommen. Ich hatte diesen Weg niemals gesehen. Da muss ich ja dem auch noch hin. Also ich könnte sogar sacken. Äh... Ich glaube, man kann auch ein Passwort einstellen, ne? Wo war denn das mit dem Passwort? Ich glaube, man konnte es nur im Hauptmöe machen, ne? Aber Kevin sagt, dass er mal... Äh... Äh... Äh, ne. Ich weiß nicht. Ich glaube, er hat den Knochenbogen nicht gefunden, oder? Das sind echt heftig, diese ziehverfolgende Schüsse. Ja, ich glaube, die Sperre zählt einfach nur für Online-PVP. Ah, okay. Schade. Wenn er die gefunden hat. Dann bringt es nichts. So, hier war der Drache. Oh, hier vielleicht? Ah. Gut, liegt er einfach bei einer Leiche. Alles klar. Helven Armbrust. Da kann ich nicht nutzen, weil mir Geschicklichkeit fehlt zwei. Ah, was könnte ich da nur machen? So, wir lesen erst mal uns die durch. Eine mechanische Armbrust, die mit einer fächerartigen Gerätschaft versehen wurde. Dieses Metallteil fügt zur Ausübung an eine einzigartige Kampfkunst und Nachladesysteme zu. Feuerhagel. Ah, das ist die Fähigkeit. Okay. Entweder schießt man so. Oder man schießt seitdem... Äh... Ja, jetzt... Man sieht auch, dass die Armbrust anders geladen ist. Ja. Ja. Ja, das Ding bewegt sich dann einfach. Okay. Ja, mit Parfümbolzen ist es, ja, mit Sicherheit echt heftig. So, dann haben wir das, das... Äh... Da will ich jetzt mal da unten jetzt hin. Yay! Bergfried ist das übrigens nicht, Burgfried. So, da unten lang. Ja, okay, jetzt sehe ich den Weg auch. Oh mein Gott, ey. Danke, da nochmal ein Burner. Dazu darf es Burner gerne ein SO geben. Und Kevin auch. Alter, irgendwann muss es runter. Das ist krass. Geht's doch nicht. Was man hier für Burg der macht. Das Auto kommt einfach nie zum Boden, oder? Solange... Ey. Just cross und diese Jetpack-Sachen da, ne? Ich glaube, ich habe ihn zwar auf die Ere gegen Rett. Ne, ist schon richtig so, dass es wie sie es gehalten hat. Ja, das Gewitter. Hui. Ähm, das ist mein Blitzgewitter, ist gerade einfach die Säule hochgefahren. Na, so kannst du das mal kurz klippen. Lass dazu doch jetzt sein Spiel spielen. Genau, lass dazu sein Spiel spielen. Klipp doch selber, Kevin. Mach ich mittlerweile auch. Ja, das ist mein Blitzgewitter, das ist mein Blitzgewitter, das hat jetzt nichts damit zu tun, aber ich muss... Ja. Nasenspray. Ey. Immer wieder ein angenehmes Ergebnis, aber lieber Nasenspray als, ähm... Eine laufende Nase... Samt verstopft... Samt... Alle 10 Sekunden niesen. Die sind hinten angebracht, das waren die bestesten... Ja, Stunden, weil du wahrscheinlich stundenlang geflogen bist. Gibt's nicht eigentlich einen Just-Cross-5 mittlerweile? Da hab ich das falsch in Erinnerung. Ja, okay, Just-Cross-5 gibt es. Ne, er don't... Es ist angekündigt, wo das, ne? Ne, es gibt's schon. Ne, es ist nur angekündigt. Okay. Okay. Ja, dass du es an verschiedenen Sachen angetestet hast, hab ich auch schon mitbekommen. Zum Beispiel an... Ich glaub, an irgendwelchen Tieren war das, ne? Ja, Autos können nicht fliegen. Die ist es schon. Dann fliegen sie... Springen sie erst mal zu außen Fensterer. Weil es auch total unlogisch ist, weil die Fenster sind, äh, so massiv. Das ist die... Ja, äh, naja. Ähm... Fast and Furious sollte man einfach nicht mit Logik sehen. In keinem Sinne. Wobei ich nicht mal das da die größte Unlogik sehe, ne? Sondern an dem, äh... Für mich die größte Unlogik. In... In... In den gesamten Filmen ist einfach... Das mit den Polizeiautos. Wo die vier da mit denselben Art... Mit derselben Art von Auto, die haargenau gleich sind. Ein Rennen gemacht haben. Und seit am Ende... Also, ne? Die unterschiedliche Überschleunigungen hatten sie irgendwie. Dann sind sie, äh... Einer war weiter vorne, der andere weiter hinten. Und auf einmal am Ende sind alle gleich auf. Und... Hä? Entweder ist einer von Anfang an scheiße und der bleibt dauerhaft scheiße. Wenn der andere keinen Fehler macht. Oder alle sind gleich gut. Aber doch kein Aufholen und so alles. Das ist doch gar nicht logisch. Hätten sie unterschiedliche Autos, würde ich es ja verstehen. Aber so... Äh... Hallo. Komm bei 1&1. Ja. Ich wette, dieses Blutstubbocken wird es auch noch als Anrufung geben. Genauso wie diese Blutwolke, die sie machen können. Guten Morgen. Die hat jetzt Schaden herbekommen. Du bist der Gefährlichste. Danke. Warte, ich hab den Kopf noch auf. Ups. Kurz. Pause für mich. Moment, ich sag doch Pause für mich. Au. Legt der einfach durch die Wand. Fand ich sehr unfair. Arm des Blut und Holz... Eines Blut und Holz. Ah. Hör. Erbe der fremden Gottheit. Was... Was... Was macht das denn bitte von... Arkanenergie? Gibt's da nicht schon was mit Arkanenergie? Ein Talisman, in den die Sage einer fremden Gottheit angraviert wurde. Der Clan, der den großen Bären in alles verlor, betrachtete in einer üblichen heiligen Ritoire den leblosen Körper eines Voraufahren und sah in dessen Schatten eine verzerrte Gottheit. Der Clan hatte solch furchtbaren Qual erlitten, dass dieser schreckliche Anblick zum Anblick der Anbetung wurde. Ah. Auch nur heute im 5-Arkan, ja. Arkan gab's denn echt? Wow. Das ist heftig. So, ich bin mal zu diesen Seder. Und irgendwie die Richtung. 3 und 5, okay. Ich hab' auch noch Kirsch hier gesehen. Äh... Hä? Aber nicht hier drin. Was haben wir denn hier? Oh, ne Asche. Nehmt der Ruine? Was? Ich nehm' der Ruine. Ja. Ich nehm' der Ruine. Du, 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 du. Okay, dann geh' ich gleich nochmal nach oben. Ich guck' jetzt mal hier unten weiter. Okay. Hab' ne Sackgasse gefunden. Erfolgreich. Ich guck' ich nicht ganz überlege. Ja, wenn das alles hier an sich nur ein Traum ist oder eine Vision oder sonstiges von, äh... Michela. Hier bist du noch andere Charaktere, die sowas haben könnten. Das ist ja die mehrere Arten. Aber Michela ist der einzige, bei dem er einfallen würde, der dem irgendwie sowas in der Art haben könnte. Weil das der einzige Halbgott ist, den man halt dem... ...dich tötet. Alle anderen sind ja... ...rippi-ripp. ...dich tötet. ...dich tötet. Renala tönt man ja auch nicht. Aber das ist halt dann für die Wiedergeburt da. Was ist da eine andere Kirche? Von hier oben. Hä? Oh, hast du bitte was gesehen dazu? Ah, stimmt, wenn Renala, wenn man ihr Ei da, ne, die Bärenstein-Ei, dass da vielleicht doch irgendwas ist? Könnte auch sein. Das sind halt die versenkten Ruinen. Ja, ja, für zweites DLC, genau. Was auch dann wieder zwei Jahre dauern wird. Ah, so, nachzu, hast du jetzt noch was gesehen? Vielleicht ist es ganz schön blau. Da gehen wir eh hin. Sonst sehe ich jetzt nicht eine zweite Kirche, die du meinen könntest. Ich bin komplett blind. Ja, das ist der Durchgang, ja. Ja. Warum leuchtet es da so heftig? Erst mal da hin. Erst mal den Schädel knacken hier. Ah, okay, das ist eine. Ich fließe es gleich mal durch. Oh, danke, dass du ab und nicht gemacht hast. Was? Könnt ihr die noch? Echt? Ein PC? Ich weiß, das Vieh hat nichts gemacht, aber na egal. Äh. Oh, ja gut. Eine äußerst rade Kreatur, die aus den Geistergräbern sprießt und nur für kurze Zeit lebt. Vielleicht noch Geist, sonst irgendwas dazwischen. Notwendiges Material, um durch das Bernsteinall von Rinala wieder gewandelt zu werden. Na. Ja gut, zu spät. Ja, das ist... Warum ist es denn so ein Vieh? Gott. Oh, total kacke. Naja, in Dark Souls 2 habe ich ja auch eine NPC getötet, den einen Schmied. Hm. Du weißt, wo noch einer ist? Okay. Die sind Goldböcke, ey. Einfach, ne? Oder Schafe, was auch immer. Ja, aber ich glaube mal, die sind jetzt... Okay, innert so, was hätte er mir denn gegeben? Irgendein wichtiges Item? Irgendeine... Keine Ahnung. Klangperle? Klangperle für was? Okay. Gemacht. Ah, das hier hast du wahrscheinlich gesehen. Mit welcher so ein Opfer werde ich so oder so noch hin? Die Frage... Soll man hier runter? Ne, der Bär ist daran gestorben. Dann werde ich auch sterben. Hier hätten sieht das besser aus, aber ich gehe trotzdem... Nein, lass mich doch umgucken. Au. Danke. Was auch immer auf der Map angezeigt wird, das ist wahrscheinlich irgendwo da ganz unten. Ach, so einer. Nervige... Nervige Dinger. Hier steht der Segnung. Gesegneter blauer Thales, Mann. Ah, blauer Thales... Oh, der regeneriert langsam im FP. Es gibt ja den roten. Ja, jetzt haben wir einen. Uh. Die Frage, wie schnell der regeneriert. Eins pro alle drei Sekunden anscheinend oder so. Ne, 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 ne. Ein pro Sekunde ist... Ne, 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 ne. Ja. Ne, es ist langsamer als eins pro Sekunde. Eins alle zwei Sekunden vielleicht. Oh, da kommen wir ins Startgebiet. Wo er gestartet ist. Okay, gut. Sag ich, ein FP alle zwei Sekunden. Alles klar. So, dann haben wir hier aber auch, glaube ich, alles auf der Ebene. Wo mal das hier sein soll. Ich meine, ich kann es nochmal versuchen, irgendwie zu sehen, entdecken. Wenn ich mir einen Marker genau hinmache. Er ist halt eben genau unter uns. Und bei besten Wären, ich sehe es so nicht. Nicht, wenn es Tag wäre. Ja, man kennt gar nichts. Das ist so extrem weit unten. Gut, dann haben wir das Gebiet hier abgeschlossen. Ich wollte gerade sagen, wir haben gerade Limb Drag abgeschlossen. Aber ha. So, dann wollen wir mal da hin. Zwei. Oder war noch irgendwo was nah zu? Äh. Das hatte ich jetzt schon. Weg damit. Und die zwei da lang. Ja, okay. Ich sehe es. Nur noch komische Viecher. Warum darf man... Warum darf man hier was beschwören? Warum? Nein. Ich sehe es. und die nächste anrufung eine menge lp für vom zauber erreicht entfernt also je mehr gegner du triffst desto mehr leben regenerierst du schießt dein projektil auf weit entfernte verbündet ab dass beim kontakt des lp denn wenn wir weit entfernt sind und außer sichtweite sind wird der ehrenbaum uns sicher sein sehen geben steht da irgendwas von gegner also bitte das denn das war der durchgang den ich gesehen hatte also wenn man die die beschreibung dann öffnet dann wird es klar aber so nicht nicht dann beschreibung ist bescheuert die ist unlogisch was für gegner hier ist noch einer von der ok aber ja diesmal nicht töten ich hab mich ja was die klangpärle gemacht hat von dem anderen die tötet habe was mir ohne leid tut da du der mutartige schuppe ok eine leber immer noch ganz ehrlich warum sind das solche viecher aber haben die nicht irgendwas einzigartiges oder so oder irgendwas was man nicht automatisch nur als feind kennt doch schwachsinnig ein gegner design auf einmal als verbündeten darzustellen ist irgendwie immer so schwierig Alexander ist extrem ausnahm einfach weiter zu vor allem redet raumfasserträger wenigstens nicht oben wirklich ich bitte tag haben kann es bitte nicht regnen hier naja auch nicht besser aber egal ist noch weiter auch alles klar ob das endlos steigerbar ist warte bevor ich hier irgendwo lang gehe ich gehe erst mal direkt warum ist die markierung von warum ist die markierung weg ja so sie sind zu viele zeichen gesetzt gehabt kann gut sein was steht denn im englischen daran dazu oh hi also ich bin Ja, okay, da macht das wirklich noch Sinn. Ah, naja. Wieso, wenn wir die Beschreibung davon öffnen, dann ist es logisch, aber so die Kurzbeschreibung, Zusammenfassung irgendwie so einfach nur, ne, ne, das gibt keinen Sinn. Da ist die Karte. Ja, okay, dann gab es hier wirklich nicht mehr, als das, was ich gesehen hatte. Dann ist das auch wirklich, ja, hier erkennt man jetzt eher, dass das seitdem komplett alles weg ist, dass man gar nicht da hin soll. Ja, hier reitet runter, dann da hin und dann ist man dieses abgeschlossenes Gebiet. Okay, okay, gut. Schrecklich, oh Gott. Ich hätte hier was so viel früher gebraucht, dann hätte ich es eh mehr verstanden. Aber das Gebiet ist auch einfach, das ist das Schlimmste, also hier oben auf Rau, das ist einfach das Schlimmste. Vor allem, wenn du die Map nicht hast und die hatte ich ja die ganze Zeit nicht. Und einfach alles sieht gleich aus. So, ich will erstmal da hin, ich will da hin. Dann die Berge entlang, vielleicht gibt es da irgendwo eine Höhle. Man hätte auch die Karte aufteilen können, unter Rau und Oberrau, keine Ahnung, irgendwie so, äh, aber warum so kompliziert. Naja, gar nicht. Haben es ja jetzt. Oh, hi. Ups. Habe ich gar nicht gesehen. Oh. Auch nicht wichtig. Mein arm ist Pferd. Oh. 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 Gut jetzt. Gut jetzt. Oh. Oh. Da. Okay. Für höchstwahrscheinlich... das da. Äh, Streuschuss... Ja, vor allem nur mit Wurfklingen. Ich höre mit Hilfe von Schmiedekunst mehrere Kopien der Waffe in beiden Händen und werfe alle auf einmal. Erneut drücken, um einen nochmal zu werfen. Weiß ich, ich würde gerne... Ich würde mit der Wurfklinge von Anfang einfach das Kapsal durchspiel durchspielen wollen. Ah, wäre irgendwie cool. Ich hätte was. Irgendwo ist hier noch was. Es gibt vier. Das hier unten ist das letzte dann. Okay, dann gibt es fünf. Oh. Fuck. Und ein rechter 2, okay, alles klar Ah, naja Wie auch immer Kevin das herausgefunden hat, schon Ah Ist Kevin, warte mal, hat Kevin die Äh War anders noch mal Hier die Drachengruppenhöhle gefunden gehabt Ja genau, hier, ne Höhle an der Ellag, der ist wahrscheinlich weiter nach unten immer gegangen Kann ich mir denken, weil man, der kommt an diesem unteren Gebiet hier halt eben raus Ja okay, da bin ich ja, habe ich ja gesagt, ich gehe erstmal nach Norden, ne, da bin ich erstmal hier nach oben gegangen Aber ich habe nicht davor erstmal gesagt, okay, da gehe ich noch nicht lang Ich finde Schmieden so Kannst du mal, wenn du so nett wärst, äh, könntest du fragen, ob Kevin die Schmiedenböhlen auch so antiklimaktisch findet? So, äh, da fehlt einfach der Boss Man findet das Item und dann ist es so, ja gut, das war's schon wieder Also, dass da irgendwas fehlt bei den Schmieden Ja okay Okay, wahrscheinlich gerade Essenspause Unglaublich Da ist so eine mit einer Röhre Ah, die man wieder runterlassen muss Okay, dann, okay, dann macht er, äh, keine Ahnung, was für eine Pause Also, wenn ich spiele, fehlt definitiv einfach was Es ist, kann mir sagen, wer was will Und die Gegner sind auch mehr als nur nervig Allein weil der Critter dem so absolut nichts bringt Gleich mal mit einem normalen Schlag hinten, irgendwie so, so, halb hinten 300 Schaden und Critter etwas mehr als 300 Schaden Wo, wo ist der Unter, äh, warum? Ja, das ist einfach so, ihr seid so nervig zu bekämpfen Da Was soll das? Dann ist das nicht mal so leicht, die Scheiß zu treffen Äh Ich hasse euch Ihr seid Ich glaube, dass es mit Abstand meiner Hass ging, einfach Ich habe gefühlt keine schlimmeren Gegner, finde ich Über die kann ich mich nur aufregen Hat so viel Spaß im AFK sein Man muss schon da rauf, okay Ich meine, die Schmien sind cool designt, ne? Das, das gebe ich denen Das ist aber auch schon wieder das einzige Positive, meiner Meinung nach Okay, da oben könnte ich auch lang Ich kann aber auch da Ich gehe erstmal hier unten rauf Warum gibt es keine Schmiedeschrift, äh, Schmiedeschrift Hellebade? Gibt es schon der zweite Hammer mit, mit Schmiedern Okay, das eine ist ein Ambosshammer, aber ist egal Kriegshammer Schmiedeschrift Schmiedeschrift Speer Schmiedeschrift Axt WB dazu Ich will eine Schmiedeschrift Hellebade haben, bitte Ja, nach links oder Nach links wäre einfach nur Da komme ich nicht Da komme ich nicht wieder rauf Das heißt, wir gehen mal nach rechts Da komme ich mal rauf Was für welche Katakomben? Au Au, okay Ich weiß trotzdem, welche Katakomben er bitte meint Mein Gott, das Ding da unten wirft die Die, oh mein Gott, ey Ich hoffe, die zu Mein Gott, ihr seid ihr selb Ich hasse sie Weißt du was? Ich ignariere euch einfach so gut, wie ich kann Mir keinen Sinn, da hinter euch zu bekämpfen Ach so, meinte das mit den Katakomben Ja, gut Na, Katakomben gibt es, aber es gibt keine Minen Die Minen fehlen komplett Oh, was legendäres Haste diese Viecher Äh Ja, ne, die Steinviecher sind wirklich top Sind wirklich Platz 1 Auf Hassgegner Ich glaube nicht, dass ich irgendeinen Gegner mehr hasse als die Ah, der wirft nicht nur mit der Ich soll mal von hier aus wieder zurückkommen Ah, hier Design ist in Ordnung von den Gegnern, aber alle, äh, kampfmäßig ist, sind die absolut so schwachsinnig Ich glaube nicht, dass ich nicht so schwachsinnig Habe ich denn hier Ne, da drüben kommt Ah, da muss ich runterspringen, ok Ich komme nicht auf die andere Seite Ah, ich verstehe wie Viel Spaß geben beim Sterben Ich bin da auch nicht gerade so hinten gestorben Stimmt, ich bin vom Bergfried, da habe ich noch gar keinen Boss gehabt, ne Ja, Kevin hat aber auch mit über 100 Toten gestartet, also von daher Das sind hier Gut Stimmt, stimmt Das war sehr am Anfang, das ist ja für mich kein Ja doch, ja hast recht Stimmt, dann habe ich vier Bosse getroffen Oh, den einsamen Ritter zähle ich nicht dazu Ne, das habe ich schon wieder ganz vergessen Und die Schwarzritter da, die Varianten da, die ignoriere ich auch mal Ja, ich verstehe Oh, das Ding dreht sich komplett andersherum Okay Das heißt, wir können jetzt hier höher Das war der Startpunkt Ne, doch Keine Ahnung Ja doch, man geht da lang Es gibt sehr viele Schmelztiegel-Anrufungen Neue Das ist heftig Jetzt haben wir das Hey, du, der Godenschmied Uh So ein Vieh von denen, alles klar Ne, und dann hier wieder Was? Lobo, viel Spaß im Lörg Äh, kriegt man das Ding hier und fertig Ob ich bei der Innenschmiede das auch übersehen habe Aber ich habe irgendwie nichts weiter gesehen gehabt Ah Hat Kevin eigentlich schon den, äh, verbesserten, äh, den Rotbären gefunden? Also War Kevin schon dort? Ne, ich sage mal, dass Kevin dort hingehen soll Am besten Kevin, Kevin, geh mal da hin Äh, du wirst es lieben Ja, okay, ich bekämpfe dich Da war noch ein Item Heiliges, blutiges Fleisch, okay Du hältst mehr auf die Scheiße Du hast dann irgendwas Besonderes Wenn du schon mehr aushältst Ah, wo doch nicht? Außer heiliges, blutiges Fleisch Der hat absurd mehr ausgehalten Oh, da ist in Ruhe Hellen-Shield-Tades, Mann Da wird alle nichtkörperlichen Schadenresistenzen beim Abwehren Hm, nett Für Schildträger Damit sie mehr, äh, nicht physische Resistenzen haben Nett Huh Ich muss nochmal schnell dahin gehen Ich gucke ihm gerade so teilweise zu dabei Weil ich will es ja mitsehen teilweise Ich will es ja erleben Ah ne, dann gehe ich wieder zurück Okay, äh, da lang Äh Jetzt Stufenaufstieg machen Bin noch 60.000 Äh Nördlich Nördlich, äh, eigentlich Nördlich, Ruinen vom Moor Moors Der See Aber nicht der See, wo der Durchgang ist Sondern oben drauf Ne, auf dem Plateau Ah, okay, wer ist denn? Alles klar Oh, schade Oh, schade Ah Ah ja Good job. Dun 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 Dass hier überall auch diese Geistergräber sind, finde ich ein bisschen übertrieben. Achso. Tja, eine goldene Hauer. Darf ich mal diese doofen Map öffnen? Was? Blüm. Nun, du wirst nur, wo ich langf... Äh, was? Warte mal, die hier oben... Waren die... Die waren normal oder waren die auch rot? Ach, hier bin ich jetzt okay. Ja, die hier irgendwo... Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht mehr. Genau. So, doch, weiter. Ich spamm, Alter, wie lange man braucht. Hab ich B gespammt. Manchmal bleibt man einfach zu lange liegen und der Gegner kann also entweder man liegt und der Gegner kann dauerhaft angreifen oder man kann erst wieder angegriffen werden, sobald man auch wieder aufstehen könnte. Aber doch nicht. Lass den Schutzlos am Boden liegen. Wenn man Gegner halt dem nicht angreifen kann, werden sie Schutzlos am Boden liegen. Diese Inkonsistenz bei manchen Sachen ist einfach so. Ist hier echt nicht toll. Ist mir schon öfter aufgefallen. Da hat das Klausel vorhin auch einfach besser gemacht. Da konntest du den Gegner immer angreifen, wenn sie am Boden liegen. Aber der Gegner hatte ich halt eben auch. Gab es nicht diese Unfairen Situationen? Achso, ja. Das sind viele. Hier ist nichts. Handbuch des älteren Tungelehrten 1. Feuerkreisstein. Ah. Der über den Boden springt und... Oh. Das ist also kein Zauber. Das ist ein... Ah. Durchsport gehen und versucht habe ich Feuerschaden. Okay. Hat denn der noch einen Geist verwaltet? Ja, okay. Der Geist des treuen Steingolüms, der seine eigenen Fäuste abfeuert. Ah. Helio war als Küken der Gruppe bekannt und hörte er zuerst auf, sich zu bewegen. Aber er war es, der zum Wächter Gottheit der Schmiedekunst wurde. Hä? Kann mithilfe der Waffenfähigkeit geworfen werden? Captain America Schild einfach. Ich sehe schon kommen, dass es halt eben... Keine Ahnung. Irgendwann spielt durch als Captain America auf einmal. Wird er einen starken Angriff hat oder einen starken Schwung ergriffen, um die Axt zu werfen? Was? Hör doch nach Helio Schmiedekunstelle Bader. Die haben irgendwie coole Fähigkeiten. Ah. 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 Ist auch unfair, dass die so coole Sachen bekommen und die Hillebaden so... Yay, du hast hier eine... Kahn-Hillebade, eine Intelligenz-Hillebade, die... Keine Ahnung, gefühlt da genau gleich sind. Ich brauche mehr Hillebaden, liebe. Mich vernachlässigt. Ich könnte mal Kevin's Dream wieder wegmachen. Glück gehabt aufs Leben. die abanich Okay, jetzt reite ich da oben Ich glaube nicht, dass am Rand irgendwas ist Aber es kann ja sein, dass irgendwas am Rand ist Aber ich versuche mal Ich gehe mal mitten rein Vielleicht haben wir mittendrin irgendwo was Außer ein Runenbär, der einen Baum kratzt Dann kommen wir wieder zum Wasser Irgendwie Sehr viel Ja Nichts Okay Ich habe gesehen, ich darf meine Träne rufen Ich habe gesehen, 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 ich habe gesehen Das war nur der eine Angriff, der ultra viel Schaden gemacht hat. Rena, machst du auch noch mal was? Wie, was, wo? Ernsthaft? Ich gebe auf. Bin es, die Spawn, weil ich außerhalb der Zone war. Aber, er ist doch bescheuert. Weiß nicht, ruft die Trainer genau an der Grenze? Es ist, macht die Reichweite davon doch so viel größer als das. Wecklich. Und irgendwo muss doch hier ein Ort der Gnade sein, ey. Das ist doch ultra weit weg. Oh. Es ist einfach nur... Ja, wie. Und sowas verdirbt mir dann einfach nicht Spielspaß. Weil das ist jetzt 20 Stunden hinreiten für nichts. Irgendwo in der Nähe muss er dem Ort der Gnade sein. Danke dazu, wer nicht. Ich wette, da gibt es einen Ort der Gnade. Weil, ne, meistens sind die Orte der Gnade nicht so weit auseinander. Folgen sind sie halt relativ in der Nähe. Von Boss und so alles immer wieder. Aber jetzt kann ich, muss ich mich nicht rechts halten. Sondern kann, äh, einfach geradeaus praktisch gehen durch den Fluss mal. Gucken, ob ich da irgendwas finde. Ich seh den Ort der Gnade. Und ein... Malz-Tiegel. Schnitt. Immerhin einen in der Nähe. Was? Alter, macht das Schaden. Warum hat das... Ich ver... Ne, muss man nicht verstehen, ne? Ah. Okay. So ist es von der Entfernung immer noch in Ordnung. Den habe ich erreicht. Wo ist der andere? Den Skorpione einfach. Web. Den habe ich erreicht. Das ist die Plattform, die ich sehe, ne? Ne. Was ist da? Ganz so. Ja, da oben. Ja. Äh... Südlich. Äh? Das wäre noch Westen. Das wäre noch Osten. Oder du meinst hier unten dann irgendwo. Ne? Hier, keine Ahnung, vielleicht... Hier. Gut. Also in einer Position, die für mich gerade irrelevant ist. Gut. Haben wir das auch geklickt? Oh. Äh. Oh. Äh. Okay. dazu in dem du position vergleichst erst damit eine ganz einfache lösung ja dazu wenn man mit logik kommt lastiert ich hab doch genau du siehst doch dass ich hier oben bin südlich ist für mich dann hier die brühe von rugela noch der anruf von wie viel sind wir jetzt ein zauber hätten wir ne und jetzt eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht gefunden und ich glaube zwei hätten wir noch durch die einheit nicht mehr weil ich die jetzt schon ausgeverbraucht habe nee dazu nee dazu wissen nicht denken und hier gibt mir also meistens auch so vollkommen in ordnung passiert ich verzeihe dir dazu was machst du schwerer stinktop ich will aber kevin nicht craften ja wir haben eine katakombe gefunden ja da kommt man im skorpionsfluss die mit lasst ihr riesiger gott hilfe 70.000 könnte ich hinkriegen so ist es nicht ah ich will die über die verwenden ne stimmt ne ich schon haben wir nur von der göttlichen bestie und von äh ja von äh von ihr bekommen heißt äh der eine anrufen könnten wir mehr haben können als wir noch keinen ähnlichen zauber richtig gefunden haben ne ach ne nicht ihr Gott ey kann man deren kopf auch bekommen oder diese dinger schießen gevin hat von denen die waffe bekommen nicht der jüngere boli Du willst ihn verarschen, als das Todespest gerade macht? What the fuck? schön brutal Todespest Augen ich stelle mir vor du siehst ja einfach nicht und dann geht Todespest hoch und du weißt nicht woher wieso ja 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 der raum ist so unnötig riesig geradeaus und rechts geht weiter jeder aber stampfer ja ich warte jetzt auf den ok da kommt man irgendwie anscheinend noch hin da ist doch ich glaube dass ich also das... Ja, das müsste es... Nee. Nee, nee, nee. Das war es nicht. Nee. Warum ist wieder so ein Ding? Ist nicht aktiv, glücklicherweise. Huh! Ich hab's noch gehört. Huh. Oh. Müssen wir ausschalten? Ne Ne Ah Ne 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 Ritter Blitz Speer Ich kann mir denken welches das ist, ne? Ja 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 Genau der Ne Ne Kann gut sein, ich weiß, irgendeiner war das Ich weiß nicht mehr wer das war Ne Warte, Gott Wie viele Bosse habe ich denn bitte gefunden? Stimmt, die Katakombenbosse habe ich gar nicht mitgezählt Stimmt Voll vergessen War nochmal die erste Katakombe Hä Okay Hier gibt es einen Fahrstuhl Habe ich eine Ahnung wo ich bin? Ich habe keine Ahnung Äh Äh Die da unten, ne? Ne Lebelriss Katakomben, da war das drinnen, ja War da Kevin schon? Ich verarschen Ich verarschen Bewegen sich jetzt auch noch? Okay Okay Die Rumpen sind so riesig Hier, stört aber genauso schnell wie die anderen Nur der Angriff ist ein bisschen gefährlicher Oh 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 What the fuck was Äh Alter Hilfe Okay Okay Es gibt echt geile Anrufe, aber es gibt auch echt geile Zauber Hahahaha Das ist so ein Geier Aber ich habe noch keinen einzigen Zauber richtig gefunden Hilfe Hau Er hat mal einen freien Himmel, könnte der Zauber ultra geil sein Weil dann scheint der, der geht nach oben Und schießt dauerhaft, also der schießt dann wahrscheinlich eine Zeit lang halt eben noch weiter auf den Gegner von oben herab Ja, ich habe die Leiter da gesehen, die es da gibt Äh Ja Jetzt mal zur Leiter Was ist das für eine Katakombe, bitte Oh Hier gibt es also auch Ah, ich sehe hier was legendäres Immer wieder eine Angstpartie gegen euch zu kämpfen Äh Äh Man, das ist an sich nichts schlechtes Aber bei mich schon Der Ding von Marika, also das Item ist wirklich wie die Segne und Dark Souls 3 Ah, cool Ja Gut, ich habe keine Ahnung wie ich da hochkomme Ich gehe erstmal weiter Also Das hier noch Ich, ne Sagt ja der Text ja alles aus Also 10 von 10 für die Ideen, für die Katakombe, ne Muss man ja sagen Wir sind einfach nur Ah Okay Ich werde erstmal frei, weil ich sterbe einfach damit ich ein volles Leben habe und so Oh, ich gucke erstmal wie der Boss überhaupt wird Ich sterbe erstmal Ja komm Es geht nicht als Tod Es ist so, als hätte ich mich herangesetzt Noch ein Todesritter Ha, 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 ha Ja 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 Nein Ja 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 Scheine Ja Ja Ich bin Und Trainer, mach was Danke Ah, das war der Angriff Okay Das ist eine Großarzt Keine Lebarde Welche ist es noch? Ein Einhändige Axt für gewisse Leute Oh Gott, ich erinnere mich gerne an die Szene Auf Seven Deadly Sins Das war cool Eine der besten Szenen fand ich Ja genau, es kann auch Ja, ja Das war cool Ah, du machst das schon Mal hier zu denen gehen Ja, also Wenn man die kennt Langstiel Axt Ist das, ne? Aber nur als Axt, ne? Eine große Axt, okay Ja, Glauben Eine langstielige Axt, die vom Todesritter geführt wird Trägt die Darstellung Eines verrotten Rings Knistert vor Energie und der Macht des uralten Drachenkultes der Hauptstadt Der Ritter, einst Leibwache Godwins War außerdem Beschützer des Leichensurgards des Prinzen des Todes Einzige Axt hat einen Blitzbolzen Aus einer niedrigen Haltung heraus verwandelt sich der Körper in einen Blitz und stirbt mit rasender Geschwindigkeit geradeaus Starke Angriffe führt einen blitzerfüllten Sprunghieb aus Oh Cool Äh, überall ist dieser Godwin hier Aber first try diesmal Weil das eine war ein Freiwilliger Tod Das zählt ja nicht So, dann haben wir die Seite des Flusses Und du sagst irgendwo hier Okay, vom D aus südlich Ist noch irgendwo ein Ort der Gnade Ich meine, wir haben da auch irgendwie noch eine Wasserstadt oder was auch immer das ist So, 90 Stärke Schon echt hoch Äh Südlich da lang Ich sehe da ein Rotbeeren Nee, ist kein Rotbeer Okay Kann man stehen Danke Die giftige Blume Blume blüht zweimal Okay Okay Oh, alles klar Aua, bei mir geht's auch ab Solchen Drecksviechern Hilfe Kevin hat gerade einen Bosskampf, den ich wahrscheinlich nicht hatte Weil er Ich hab ja den Bockkrieg immer noch nicht fertig Oh, ein Aufwind Wo führt der hin? Eine Kiste Material, okay Die giftige Blume Blume blüht zweimal Beschwert schallachrote Stacheln von unten herauf, um den Gegner zu stechen Ein Folgeangriff auf einen Gegner, der bereits von Gift oder Fäule befindet, versucht er auf einen Schlag massiven Schaden Oh Nett Okay, wir sind da drinnen Nicht irgendwo da hin Weiter in den Fluss Wahrscheinlich, ihr wisst, ist es dort irgendwo da nähe der Ort der Gnade Ja, da vorne Das hab ich mir da schon gedacht Das müsste es aber das letzte sein, was es dann hier gibt Müsste ich das Gebiet hier komplett abgeschlossen haben Das Gebiet abgeschlossen haben Das hier soweit auch ab Und dann, ja, dann fehlt ja nur wieder der Bergfried Mindestens würde mir sonst nichts einfallen Und ich bin gerade froh, dass ich Kevins Fenster vorhin geschlossen habe Bisens, seitdem weggemacht habe Dass ich das jetzt gar nicht gespoilert kriege, was da passiert Hier darf man seine Träne komplett rufen, okay Okay Jetzt mal da unten lang gucken Ne, das ist dann, okay Das ist wahrscheinlich einfach nur, ja, der Weg hier Ich gucke trotzdem hier lang Ob es hier noch irgendwas gibt Nicht so aussieht Nope Nope Nope, nope, nope Aha Item Mal Wie das dann drei Yay Eine Pferde, Geister, Ascher Und jetzt irgendwie da einen Weg reinfinden Leister Grabstein, okay Warte mal, da haben wir einen Text Au Au Aufzuwerfen Werde verdammt sein, wenn es kein Weg durch Wenn es kein Weg durch die Mauer Ja Ja Ja, ist das diese Runde Danke Danke Okay, der Halt gibt also Ich mache mal das an der offensichtlichsten Stelle Zuerst mal Oh Oh Aber ist es ein Hinweis für eine scheinbare Wand? Muss doch jetzt nicht jeden einzelnen Weg hier Abgehen Ja Ich habe einen Weg durch die Wand gefunden Ah, juckt Nicht mehr, hat gekratzt Jetzt juckt Arse Jetzt nicht mehr Ist ein blaues Item unter mir? Ah, ist ein blaues Item unter mir? Hey, darf ich auch was machen? Stunlock ist echt widerlich Warum denn hier Warum denn da ausgerechnet Egal Äh, Skaterbomb fragt man sehr schön Ne, Haft Geht weg Sind sie schon? Oh, okay Ja Da ist was in dem Fels eingearbeitet Oder aus dem Fels ausgearbeitet Sind Pfeiler, danke Oh, hallo Oh Geht hier So Okay Komische Treppen Antitreppen Seht aus wie Treppen Kann es aber nicht besteigen Ich will übersteigen Aufsteigen Absteigen Zweihandschwert Warte mal Besserangriff mit zwei Handwaffen Oh Okay das ist nett Ah Oh da weiß ich gar nicht Ob ich den Goldskarabies mittlerweile Weglegen will Das ist einfach meine Angriffs Aber um wie viel Geht so natürlich jetzt nicht mit dabei Ein Talisman mit dem Bild eines Krieges Sein zweihändiges Schwert führt Verbessert Angriff mit zwei Handwaffen Also wenn man nur zweihändig trinkt oder Die Hornkrieger waren Ach die Hornkrieger sind es einfach okay Nicht Schmelztiegerit aber Hornkrieger Aber bei Aspekte des Schmelztiegels Die Hornkrieger waren die Aushängeschilder der militärischen Macht des Turms Über den sie wachten Ihre gewandten Angriffe Schnitten sie ausnahmslos durch Ihre gewandten Angriffe Schnitten sich ausnahmslos durch Alle Feinde Ich brauche einen freiwilligen Gegner Und ich denke mal dass Wo ist denn das jetzt hin Dass da einfach nur Optisch ist Dass man da nicht hin kann Wahrscheinlich Außer es gibt irgendwo einen Aufwind dahin Aber das bezweifle ich ein bisschen Oder dazu könntest du mir sagen Ob hier was ist Bei dem Wir können es selber ausprobieren Wie viel Prozent das ist Das ist es ja Wie kommt man da hin Das sind Geier Wie kommt man da Was Äh Ich kann mir nur einen Aufwind vorstellen Aber wo zum Geier Soll hier ein Aufwind sein So tief oder Oder halt ein Teleporter Hier vielleicht irgendwie lang Gibt es ja so einen Rundhochweg Ne Wir kommen wieder in die Gasse rein Äh Ich teleportiere mich mal hier Und ich gehe mal kurz auf den Klo Bis gleich So Was geht ab Äh Ich will mal was nachkontrollieren Ah hallo Au Dankeschön Fürst du B Ich darf ich doch treffen Danke Äh Jetzt ist der erste Supercamp Alles klar Und hat er sein Boss geschafft Gab es doch irgendwo einen Äh Ne Hat er irgendwie Ja genau Da gab es einen Aufwind Da vielleicht Irgendwas übersehen Habe Ah Ja 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 Gut Ja äh Spiel auch Ich glaube nicht Es ist eine gute Frage Äh Ne So lange ist das DC noch nicht draußen Dass er den Leuten auch Äh Schon Jetzt schon bereit Hat er dem anderen zu helfen Etc Eieieieieieie Hat er Ruf Ah Oh Okay Hat er Rufzeichen Aber konnte nicht Ruf Ah okay Aha Göttlicher Vogelkrieger Ornus Uh Wie hat man hier raufkommt Und hier aus Irgendwie da lang Ah Ah Ja das ist Das Ding da Ja Da sollte man definitiv hinkommen können Ja da ist auch jemand drin Warte mal was Mein Gott Das ist eine göttliche Bestie Der da drin ist Äh Ich dachte Burner hat vorhin schon mal Lurk geschrieben Äh oder Viel Spaß Weiter in dem Lurk Ja doch Ah ne das war Nobu Nobu hatte das geschrieben Ah Viel Spaß Burner Wow Hi Lara Ich wollte gerade Dein Stream aufmachen Für den Lurk Und dann sehe ich so Oh der Raid Ich wollte kein Feier machen Nur Lurken Meinst du Dann fackeln wir mal ein bisschen rum Überbrennen erstmal irgendwelche Sachen um andere Sachen zu kriegen Ergungsgut Sammeln sie Sammeln sie Sachen Machen wir Sammeln sie Sachen Was denn auch sonst Und wie war Nobu da Hast du es aus dem Äh Blutfluss Gipf See Döns da geschafft Sag dann dazu fürs Trinken Ja man muss irgendwie Also muss man doch von da oben hin Ah Irgendwie Irgendwie Irgendwo Irgendwann Aber wie kommt man da hin Es war actionreich Oh nein Ich habe kein Blut aus dem Oh Da habe ich auch nicht behauptet Dass du das gemacht hast Muss erst mal Oh ich muss erst mal rauf Äh Das heißt Den Fahrstuhl der irgendwo war Wo auch immer Aber ist doch gut Dann gut Wenn du sagst Dass es erfolgreich war Auch wo du sagst Es war actionreich Nicht erfolgreich Im Endeffekt Solange du den Spaß hattest Höher Ich muss höher Wie war es das hier Das ist doch mal Alles klar Actionreich Unerfolgreich Ich bin von da oben Jetzt hier oben rauf Also bitte diese Vogelkrieger Hornkrieger Wie auch immer man sie nennen möchte Märzenskrieger So nenne ich sie Kann man sie auch nennen Nee doch noch Warte Komme ich da hin Aber komme ich von dort aus Irgendwie dann da hin Ach es kann gut sein Das kann gut sein Ich glaube irgendwie runterkomme Darf man kein Pferdchen rufen Äh Star hinten hin Das ist noch weit Alter What the fuck Der da unten war ich gerade Oder? Nee War ich nicht Moment Muss ich ja mal durchlaufen Oder teleportieren Dann müsste ich mein Pferdchen Wings rufen können Hier Nee doch Das ist das Ja da ist der Vogelkrieger Ich glaube mal da hinten hin Ist das durch den Aufwind der da ist Ah Da ist ja irgendwo Ich kann mir denken Das wird irgendwo Durch den Aufwind Der Aufwind ist ja hier Ich muss ja hier hin Okay kommt man da hin Ich habe ein Guck mal, dass hier auch nichts ist. Das ist es ja. Ich versuch mal. Ich mach mal da das irgendwie. Guck mal, guck mir das nochmal an. Ich hatte hier auch irgendwo einen Fahrstuhl gehabt, der irgendwo hier hingeführt hatte. Ich weiß noch nicht mehr, wo das genau war. Oh Gott. Rauf war es in der Tapete. Stimmt. Und dann versuch ich da oben irgendwo nochmal was zu gucken. Also du meinst, man hier irgendwie... Nee, nee, man muss direkt von hier aus. Also... Irgendwie seltsam aus, dass es so nicht verbunden ist, aber irgendwie war direkt ein Verbundweg da rauf. Von der Stelle hier. Kommt da definitiv davon hier aus hin. Vielleicht hat es damit was zu tun, dass es irgendwie keiner... Dass es Fahrstuhl ist, dass man hier hoch kann. Kontrolliert das später nochmal, ob ich da in die Richtung was finde. Ich ignoriere dich. Du bist Ort der Gnade... Äh, nicht Ort der Gnade. Äh... Du bist versperrt. Von irgendwo... Aber wo war nochmal der Weg nach oben? Guck mal, wo war nochmal der Weg da rein? Ja, ich sterbe gleich. Guck mal, hier außen nicht. Muss also weiter hoch. Ist das der? Ja, das ist der. Anfangsgebieter-Turm immer noch. Der Siegel ist irgendwo in der Nähe davon. Na, so ist es ja nicht. Weil ich denke mal, dass das Siegel jetzt vom... Nicht von hier aus erreichbar ist, wo ich gerade war. Na, keine Ahnung. Irgendwo weiter oben. Der bringt mir halt eben auch nichts, wenn du sagst, okay, das Siegel ist genau westlich davon. Wenn ich da irgendwie hochkommen muss, oder so, erst mal. Ich würde gerade die Map öffnen, aber geht schlecht. Ich denke mal, dass das Siegel vielleicht hier irgendwie drauf ist, oder so. Irgendwo in die Richtung. Oder über mir. Vielleicht auch da oben drauf. Okay, die sind ja auch pink gewesen. Au. Langmann. Alter, okay. Das ist, wenn man vom Pferd runterfällt und ewig auf dem Boden liegt. Okay, abnächst gesagt. Oh, hier war ich nämlich noch gar nicht. Oh, shit. Okay. Den Sprung schafft man nicht. Das ist viel zu weit. Oh, shit. Röne ich da aber. Naja, nach so, wenn du weißt, wo das Siegel ist von dem Aufwind, kannst du auch ungefähr auch denken, wo, in welche Richtung das dann ist, von der Richtungsangabe. Oh, wie kam ich da nochmal hin? Gut, ja, ich muss da trotzdem irgendwo erstmal dahin kommen, wo ich da hin, ich, ich hab, ne, diesen Rundweg da, den es da gibt, ne, Anführungszeichen Rundweg, da gab's irgendwo einen Fahrstuhl und da will ich hin, aber ich hab keine Ahnung, wie ich da hinkam. Das ist mein Problem. Das ist einfach hier. Kann gut sein. Ne, ich bin jetzt hier oben drauf. Oh, wo war hier nochmal der Fahrstuhl? Wie kommt man zu, oder wie komme ich zum Fahrstuhl? Da hab ich, äh, irgendwie hab ich eine Erinnerung an den Fahrstuhl. Ah. Ja, ist okay. Ist okay. Stimmt, wir wollen jetzt aber noch austesten. Äh. Braucht mal einen Gegner. Ja, der Hund. 1213. Äh, mach ich immer noch. Ja, 1213, okay. 1395. Äh, 1395, 1395. Und das andere war 1213, ne? 1213, 1395, ne? Äh, 15% mehr. Ja, 15% mehr stärker. Also, ne? Wow. Ne, die Differenz ist 182. Und 182 geteilt durch 213, mal 100. Ne, haben ungefähr die 15%. Das ist ein ordentlicher Boost. 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 Was war hier runter? Ups, sorry. Ich wollte nicht gegen das Mikrofon schlagen. So, ich besiege erstmal die Gegner hier, damit ich Ruhe habe. Sonst nerven die mich zu sehr herum. Irgendwo wie. Nervig. 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 Und jetzt. Nervig. Nervig. kann mich nicht erinnern hier schon mal gewesen zu sein aber gleichzeitig kann ich mich doch daran erinnern ich habe kein problem weil es so gleich aussieht okay war ich alles klar und hey man kann die fahrt schon mit fährte aktivieren okay ach jetzt bin ich hier oben ja genau auch oh ja der geist auch schon danke Gut, aber das bringt mir jetzt rein gar nichts, weil es hier keinen weiter Weg gibt. Oder? Hier gibt es... Nee. Also doch nicht der... Okay. Hä? Ich bin mir so sicher, dass es hier, keine Ahnung, ein richtiger Weg ist. Ja, zurecht kannst du mir ein bisschen helfen jetzt. Ich müsste, glaube ich, noch weiter hoch, aber ja. Ist von da runtergesprochen. Okay. Nee. Guck, ich reite mal hier lang kurz. Ob ich jetzt da kenne, wo ich hier bin, war... Ein paar Leute. Oh. Er schafft eine Miranda-Blüte auf der Brust, um ein Lichtring herbeizug... Ah, okay, alles klar, klar, das ist es. Hier unten ist ja dann auch nichts weiter. Also kann es ja nicht sein, dass das hier irgendwie der weiter Weg dann nach oben ist. Wenn es hier rein optional ist, dass man auch gar nicht anders hinkommt, als da runter zu springen. Oder habe ich hier noch was nicht entdeckt? Ich... Ich glaube, hier war ich nämlich auf der Ebene schon. War dann beim Fahrstuhl oder ich bin... Ich bin auf jeden Fall mal da durchgefallen, das weiß ich. Ja, nee, nee, hier ist dann auch nichts. Und dazu kannst... Schaffst du es vielleicht, mich irgendwie da zum Versiegelung-Ding hinzuleiten? Weil ich bin jetzt dafür verzweifelt. Boat Visgen sulfuriert? Boathe! Boathe! Hubert. Hm... da muss man irgendwie hier ich bin so verloren gerade in der hinsicht ich habe die vermutung dass es da oben drauf ist weil hier auch drumherum ist es einfach nicht was die frage gibt es irgendwie noch ein fahrstuhl nach oben oder eine treppe oder leite oder sonstiges man steht at the edge of a cliff you have to use okay good also genauso wenig information wie ich nutzte haare und Knoten gelöst. Der Fahrstuhl bringt eben nur da hin. Das ist der einzige Fahrstuhl, den ich in der Nähe weiß. Die anderen bringen halt eben einen hier hin. Von hier aus ist ja auch nichts. Da ist denn jemand Fahrstuhl? Oh mein Gott, ich glaube, ich habe es gefunden. Ne, war da hier immer wieder die... und wir hier irgendwie raus was aber die nach oben nach oben für die führte dahin und hier wurden abzweigungen nach draußen sieht nicht so aus ne ja das wird einfach nur ich habe hier oben noch was sehen würde ja zack sind wir wieder hier ja gut also ja gut das bild bringt mir leider nichts das ist wirklich genau hier ungefähr ja alles gut dazu du kannst ja nichts dafür nerven vom spiel hat dem einfach nur ultra selber das ist seitdem dass das keine ahnung das ding einfach zu versteckt ist das ist keine ahnung und faxtra live auch in der hinsicht einfach nur ja weißt du sollen sie entweder richtige hinweise hinschreiben oder gar keine aber nicht so ein schmarrn jedes mal alter ich meine wie oft schreibt faxtra live irgendwas was halt eben so hä ist jedes mal nervt es meine wenn man es dann gefunden hat ja ok dann dann verstehst du die hinweise aber so ja nutzen fahrstuhl jetzt haben er an der ecke einer klippe was für ein scheiß fahrstuhl leute ich bin nicht hier richtig jetzt sieht mir so aus keine ahnung würde gut sein ja danke nimmt die kirche der knospe springt auf das dach reitet da die klippe entlang nach osten ja fertig wäre doch viel leichter gewesen ja und das alles mit ruhe schenkt schenkt da halskette plus zwei danke ja man muss von dort rüber da ist auch der golem oh wie zum geil komme ich da rauf hm Hm. Uhhh. Aber wegen Talisman erinnert mich an Dark Souls 3 DLC 2 Rings, da hat man auch Plus 3 Talisman gefunden. Oh. Oh, stimmt. Nicht von allen, aber von ein paar. Das sind die Richtungen einfach, ja. Habe das Ring zum Beispiel oder den Chlorati Ring, ja genau, ja. Das RingCity DLC war so, äh. Mich sehr gefrustet. Ja, wieder hier und als keinen. Ach Gott, wie kommt man denn da hin? Wie kommt man da hin? Ja. Ja. Auch, auch. Der Golem ist ja auf dem Weg zur göttlichen Bestie, die es da hinten gibt. Ja. Wie zum Geier komme ich da hin? Ja, ich muss da oben rauf. Kommt man da runter, dann kommt man zum Golem, dann kommt man auch weiter runter, dann kommt man zur göttlichen Bestie da hinten. Wie komme ich da hin? Ja. Ich sehe einfach dauerhaft keinen Weg. Von da oben kommt man nicht runter. Das ist ja diese Zwischen... Ne, hier. Bringt mir nichts. Muss hier rauf. Aber... Zum Geier... Wie? Äh. Ich guck mal kurz was. also... ... ... ... Junge, ich guck grad was. Junge, ich guckte mich. Das war's. Das war's. Das war's. Ganz ehrlich. Kev. Mir ist es so voll egal, wie oft ich sterbe. Weil, ja, ist nun mal so. Nicht so geil komme ich da hin. Wenn ich wenigstens den Ortnamen wüsste, der da ist. Aber das ist, er hat wahrscheinlich keinen Ortnamen oder so. Warte mal, ich hab vielleicht eine bessere Idee. Okay, äh. Bitte stumm haben. Okay, die Person ist... Warte, warte, warte. What? Lol. Die Dinger gibt's eigentlich öfter. Das seh ich gerade bei dem einen Video. Es gibt zum Beispiel das hier, das zeigt nach da hin. Dann das da hin und das da hin und das da hin. Hahaha, lol. Okay, die Person... Okay. Okay, von dort aus. Alles klar. Ey, ich... Ganz ehrlich, ich... Ich hab jetzt einen Weg gesucht, weil... Ich selber finde einfach nichts. Okay. Moment. Na, zwar ist gut. Ich hab schon selber geguckt. Ich hab gesehen, dass da ein Ort der Gnade ist. Da hab ich jetzt einen Guide hin gesucht. So, und dann weiter runter. Au. Was? Oh mein Gott. Alter, wer soll den Scheiß denn entdecken? Ah. Er kann's ja dann immer an den Kevin helfen, wenn er hier auch Probleme hat. Gott. Oh mein Gott. Und sag... Ja, ich sag doch, das ist ein Fahrstuhl. Boah, ist das frustrierend, ey. Also, das ist irgendwie... Auf die eine Seite geil, wenn halt eben, ne? Das gibt so, ne? Diese versteckten Sachen, so alles. Aber das ist doch echt heftig. Das ist zu brutal. Ja, hätte ich runter geguckt, hätte ich's gesehen, aber ich denk doch nicht... Äh, naja. Egal. Selber schuld. Wir haben's ja gefunden, jetzt. Und das müsste das letzte dann sein, was es hier gibt. Hoffentlich, keine Ahnung. Uff, wuff. Einmal wuffi. Ich weiß nicht, ob er zu hoch zu dem Golem war kommt. Wahrscheinlich. Ja. Ich weiß nicht, ob er zu hoch ist. Ei, 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 ei. Also, es tut mir doch echt leid, dass ich ja dem so, äh, ne? So frustriert an Klinge und so alles so leicht angepisst bin. Aber es ist doch wirklich einfach nur... Ei. Nervig. Für mich in der Hinsicht dann. Ich bin der Hinsicht. Oh Meine Träner geht Überhaupt Okay, da wechselt Sturm Ganzhaft Die beschwört Frösche Also dieser Todespest Ernsthaft Boah, ist das widerlich Meine Träner ist tot Die macht Todespest Das ist in Ordnung Da bekomme ich klar Todespest Und Sturm Ey, immer wenn ich Angreifen will Und alles Nein Nein, 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 nein Nein Danke Uh Ne, ne Die hat Todespest ist komplett neu Aber glaube ich Ei Göttlicher Best Das ist ein Tornado Anrufung Erlebt mich am Arsch Oh mein Gott Oh 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 Bergfried Ich hoffe Ich hoffe ich habe Ich habe jetzt Alles mit der Raubfaser Der Peter erledigt Oh Ei, ei, ei So, wo war ich? Ich war da links Achso Dankeschön Na zu Aus Wo geht es da unten lang Und am Item Es ist eine Abkürzung Meine Freie Schade Alles klar Warte mal Mit den Zweihand-Buff Können die sogar die nutzen Und ich würde die auch noch Mit zwei Schlägen machen Ein bisschen mehr Reichweite Aber ganz ehrlich Das Schlimmste Gebiet Ist bis jetzt Das Raubfasertapetengebiet Ich wollte ihn anvisieren Er ging nicht anvisieren Ich bin froh Den nicht getroffen zu haben Okay Äh, also das ist immer noch so. Also, es ist jetzt Mikellas Schattenreich, aber irgendwie invasiert. Ist das so wie mit dem Gemälde, dass man in dieses Reich reingezogen wurde, aber man kommt eigentlich aus dem anderen, aus den Zwischenlanden ursprünglich? Kommt mir ja dem so vor. Man gehört hier an sich nicht hin. Dann wurde Mikella eingeladen, in der Hinsicht. Was können sie in der Hinsicht für den Herrn Moogs Räume haben? Die Implikationen sind eher unnerving. Was können sie in der Implikationen... Also, auf jeden Fall, das ist halt eben nicht die Zwischenlande. Das ist halt eben... Das ist mittlerweile klar. Und es gibt mehrere Erdenbäume halt eben. Das ist halt eben auch klar. Ganz ruhig. Lass ich mir was trinken, ja? Danke. Ihr habt mir nichts gebracht zu trinken. Sehr freundlich. So da. Äh, so knapp. Das erinnert mich auch an ein Gebiet gerade aus Dark Souls 3, ja. Ich bin auch, dass wir uns in den Kopf wachsen. Das ist die große Archive, genau. Oder das große Archive. Ja, genau. Genau. Ich gehe genau außerhalb der Reichweite von denen. War ich da unten schon? Ne. Ah, danke. Sag ich doch. War keine Abkürzung, leider. Nur ein Rückweg. Oh. Da war ich. Äh. Nicht hier rum, ne. Ja. 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 Habe hier nichts übersehen. Wahrscheinlich. Da oben komme ich später erst hin. Höchstwahrscheinlich. Dann haben wir den und den Weg hier. Kann ich für ihn weiter. Ob zum selben. Ja. Ja. Ich kann verstehen, warum man die nicht mag. Wir müssen trotzdem noch die Steinfiecher. Jetzt geht von der anderen Seite nur auf. Also die Steingolems sind meine Macht. Ich bleib bei der Meinung. Die unnötigsten. Machtesten Gegner. Alle anderen bisher. Cooles Design. Coole Techniken etc. Habe ich Steinfiecher. Keine Ahnung. Ich bleib nur nervig. Da hast du nicht vergessen, ne. Kevin, äh, ne. Da bricht die Gegner halt eben nicht. Ich hab da halt eben Glück durchgeschlagen. Wir sind so Standard. Ah. Okay. Die Füße muss ich schlussendlich hoch. Oder den Körper. Okay. Das ist gut. Aber den Körper. Also kannst du nicht. Ah. Die Ketten sind nicht... Wie kann man das Item da rankommen? What the fuck? Das schreibt, warte, wenn gerade stadtfest ist, dann ist heute Abend oder morgen am Feuerwerk. Ist das schlimm? Und dazu kannst du mir sagen, wie man dieses Heitemann kommt. What? Was? Okay. Was kannst du noch für Möglichkeiten geben? Keine Ahnung. Was könnte das für ein Item sein? Indirekt relativ über der Gnade, okay. Dann Skado fragt man sein. Oder? Nee. Könnte dem alles mögliche sein, na? Ja, ein bisschen in die Richtung. Was könnte das sein? Ne, fährt nicht sein, was es sein könnte. Naja. Naja, vor allem war es laut und es heißt Fenster zu machen und tue... Achso, ja gut. Ich schreibe einfach raus, keine Ahnung. Meist einfach TNT ins Fest rein oder so. Wo da draußen? Wo landen, schild. Stoßschild. Okay, das ist komplett neu. Kommission aus Waffe und Schild. Ein sogenannter Stoßschild. Er ermöglicht gleichzeitig angreifen und verteidigen. Jetzt sind das schon acht neue Kategorien, die es gibt. Hat uns nicht irgendwas von sechs erzählt? Danke fürs Gesundheit. Ah, warte, ab hier kenne ich das. Ja, okay. Sag das echt? Achtung. Okay. Da habe ich einfach nur falsche Erinnerungen. Ja, dann bleiben jetzt noch die... Der Körper. So, so. Ja, es wäre ein bisschen scheiße, dem irgendwas hier runter schießen zu können. Wenn man eh hier rüber klettern muss. Hm. Es scheint, als hätte das Volk des Bergfrieds das heilige Viertel geflutet, das zum Skadu-Baum führt und dem Zugang zu versperren. Ah, das heilige Viertel. Da haben wir einen Schlüssel irgendwo. Von diesem Lager aus führt zumindest keinen Weg dorthin. Vielleicht gibt es irgendwo in diesem Bergfried einen anderen Weg zum heiligen Viertel. Was ist das, das heilige Viertel? Hier lasse ich meinen rechten Arm zurück. Ah, okay. Guck mal, dieses Item kommt, ey. Oh, das ist einfach viel platziert. Was eigentlich obendrauf liegen soll. Ich habe nur zwei. Auch nicht genug. Aber was wir machen können, ist, äh... Nee. War erster, der uns immer das so hier ein bisschen erzählt hat? Ja doch, es war erster, der uns zu Ansbach. Ah. Egal. Und dann liegt noch ein Item. Aber wir haben jetzt erstmal nur den Weg hier. Ja. Scheint mich nicht so. Du musst nicht so, äh... Fest dran hängen. Möchte ich nur gesagt haben. Achso. Au. Er ist ein bisschen widerlich gesetzt. Nur ein bisschen. Ich würde gerne hätte ich auf eine Waffel mit Eis. Oh. Das ist so eine frisch gepackene Waffel. Mmh. Komm runter. Danke. Danke. Da geht's rein. Da geht's rein. Überall geht's rein. Danke. 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 Ja, das ist... Ja, das ist das Glashaus. Es sieht tatsächlich... Hier sieht's aus wie ein Glashaus. Also das Gebäude da vorne. Wir haben eine Treppe nach unten und wir haben den Eingang hier. Guck mal, dass es hier weiter geht. Also gehe ich erst mal die Treppe nach unten. Ja. Oh Gott. Ich dachte schon, das ist einfach nur ein Loch oder so. Hat eine Reisbrune fünf. Danke. Hat Kevin eigentlich noch den Skull-Garabeus ausgerüstet? Oder ist er auch komplett weg mittlerweile davon? Geheim-Ritus-Schriftrolle. Äh... Erfart vom Geheim-Ritus des göttlichen Tors. Ein Schriftloss aus weißer Baumrinde. Nur wenige können die Schriftvoll entziffern, die das geheime Ritual des göttlichen Tors enthält, was im Schattenturm zu finden sein soll. Ein Fürst wird die Rückkehr eines Gottes einleiten und die Seele des Fürsten wird ein Gefäß benötigen. Oh. Ja gut, wir sind Elden-Fürst, ne? Tja. Warum die Seele des Fürsten wird ein Gefäß benötigt? Hä? Warum brauche ich ein Gefäß? Wo ist ja die Logik? Weil der Gott mein Körper als Gefäß nutzt und ich brauche dadurch halt eben auch ein neues Gefäß. Warte. Okay, alles klar. So, oh Gott. Lebt der noch? Ich glaube, so genervt, dass er nicht mehr redet. Okay. Äh... Sicher ist er... Er hängt immer noch am Boss, oder? Wissen wir mal sagen, dass er erstmal vielleicht, äh, vom Lagerhaus, Erdgeschoss erstmal, äh, direkt nach Westen soll? Oder ist er eben erstmal hier die, äh, die Ebenen von Rau erkundet und hier oben das von erkundet? Dass er sich erstmal ein paar Scooterbaumfragmente holt. Die es da gibt. Dass er erstmal eine Pause von dem Boss macht. Nicht, noch nicht hoch. Ich will erstmal noch hier unten erkunden. Was ist denn auf der anderen Seite? Weil das ist Elden Ring, open for, das heißt, wenn man noch andere Wege hat, wo man, äh, na, sollte man die auch gehen, wenn man bei einem Weg gerade nicht weiterkommt. Ich meine, irgendwann wird er mit Sicherheit den Boss legen können. Oder er soll reskilln, nachdem, ne, dass er, dass er mehr Leben hat. Ich kannte nur irgendwas. Er hat genug Möglichkeiten. Noch. Jetzt noch weiter höher. Oh, das ist ein MPT. Oh, das ist ein MPT. Oh, das ist ein MPT. Wie geht die? Ersatzhaft. Das ist jetzt... Okay, das war arschig. Heilen die einfach. Heilen die einfach. Heilen die einfach. Okay, gut, das... Ja, ja, im Endeffekt... Jetzt muss er selber entscheiden, was er dann macht. Au. Okay. Mhm. Ist mir egal. Das sind keine Tongeek, ne? Das ist eine große Bedeutung. Ich bin der Herr, ich werde das Gefühl haben. Oh Gott. Fuck! Ah! Ah! So, Natsu hatte vorhin schwarze Johannesbeere. Vier Stunden war das. Multivitamin, Waldfrüchte, Beerenfrüchte. Rango. Rotorange, IC Zitrone. Pfirsich. SC Pfirsich. Brunade. Brunberry. Warte, wir haben das Beeren. Warte, wir haben das vergespräch. Und wenn wir zu wollen, locker zu gehen, kommen wir beste. Fall nicht Und wenn er Immer noch fällt, dann Keine Ahnung Dann lebt er immer noch vielleicht oder so Nicht mehr War zu weit Eingang war hier Ey Ey Ruhe Hier wird Keine Ahnung, was hier gemacht wird Archäologie Studium Bibliothek Irgendwas Alles mögliche gleichzeitig Ich habe mich Ich habe mich Ich habe mich Ich habe mich Das Schlimmste ist immer nur, wenn sie nach hinten ausweichen. Mich irritiert es jedes Mal, dass ich Jifreya höre. Ist die vielleicht über mir? So, du kannst hier nicht nach hinten ausweichen. Da schon. Du kannst mich wenigstens mitheilen. Geisterkupen. So. Material zur Herstellung von irgendwelchen Gegenständen. Okay. 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 Da ist auch noch eine Treppe nach oben. Gucken wir von beiden Seiten also hin. Alles klar. Das wäre so schlimm, wenn die kein One-Shot wären. Ja. Was macht der Hebel? Dreht das Ding in der Mitte wahrscheinlich, ne? Oh. So kommt man an das Item. Okay Kevin hat den Hebel gefunden gehabt Muss ich nur die Stelle finden Äh, ist noch weiter runter Okay Äh Warte, wir werden gleich erfahren, was es ist Kann auch sein, dass Kevin den Hebel umgestellt hat, aber Dann nicht zurückgerannt ist, um das Item zu holen Kannten sein? Weiß ich nicht Äh Was ist Dort Äh Ich sehe das Problem Ich sehe das Problem Ich werde sterben Naja War es nicht wert, aber ist in Ordnung Yay Sechs mehr Leben Äh 2247 Leben habe ich jetzt Irgendwelche Zeit diesen Gegnern wieder vorbei muss Nein Jetzt ist er tot Egal So Das geht dann auf beide Seiten wieder Okay Okay, die ist wirklich hier Oh, wir werden sehen Hi Ansbach uralt Äh Wieso mache ich das So 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 Werden wir ein paar Sachen mal verkaufen Werden wir ein paar Sachen mal verkaufen Um mich ein bisschen besser den Boss vorzuarbeiten Und wenn wir schon so an dem Verzweifelt Dann würde ich auch was persönlich dagegen tun Dann würde ich auch was persönlich dagegen tun So Sollten zwei Level sein Ne Sollten keine zwei Level sein Klar Ja Jetzt sollten zwei Level sein Ich weiß nämlich nicht wann der Boss kommt deshalb So So Warte 2271 Ne 2247 2247 2247 Zwei Level mehr als Ja Also Ne Ich kriege Ein Leben mehr als Angezeigt wird Cool Statt sechs kriege ich sieben Leben Ist nur die Frage Musste man das machen um da hinzukommen Wahrscheinlich ist der Boss dort oder so Ich muss den Hebel nochmal bete... Ne Ich muss hier runterspringen glaube ich Ne Ja Oh Ich glaube man hätte von dort aus rüberspringen sollen Das ist hier nichts Bei mein Lord Bei mein Lord Okay kein Boss Wasser Boss Okay Super Samten Du Sehe ich mit die Wehr Hat geheilt Nein Ah okay Du hältst mehr aus als die anderen Sag ich doch Ich seh was Ah Warte mal Ist das der Ei Komm schon Lass noch ein Ort der Gnade hier sein Das geht aber noch höher Sehr schön 1122 mit der 60% ging körperlich Ah schön So Hallo Boss Ah Ich würde mal sagen Ja Okay Katzen Du bist räudig Ich weiß nicht was du Oh Das Tarnisch Es Seem Mother Wouldst thou Truly Lordship Sanction In One So Bereft Of Light Canst du deine Schlange mal einpacken Oder deine Schlangen In The Embrace Of Mesmas Flame Hallo ich hab das Chaosfeuer Hallo ich bin besser als du Okay Ganz ruhig Komm schon Mach was Trainer Mach doch mal was Ich denke mal ein bisschen ab Danke Hallo Glückwunsch an Kevin Sei mal so gemein und schreib hin Hiski hat's auch geschafft So richtig So richtig Asozial Hiski hat's auch grad geschafft Come bitte Mach's mal Es wär so mies Es wär so mies Oh Gut Mach das selber Weg Okay Okay Dann Mal Reaktion Hören Das ist nicht der Siegelbaum Wo ist denn der Siegelbaum Oder ist das der Siegelbaum Kevin Please chat Los komm Ja okay Ja okay Ne Heute nicht mehr Ne Ist Kevin offline jetzt Oder Er spielt doch schon seit 10 Uhr Wow Okay Ähm Ups Es war Ja gut Ähm Ich war trotzdem lustig Aber klar Ich kann seine Reaktion voll verstehen Ja Äh Warte ey Den first try Also Respekt dann ey So ich mach das schon mal rauf Ja okay Ich verstehe das Das äh Das so Oh Zwei Explosionen Also man kriegt doch selten hier mal einen Zweitangriff zu machen Und der Angriff Der ist Der ist Okay der ist gemein Und Then Das Ja, er hat eine zweite Phase Und das war Blutung Oh, Mutter, vergib mir Ähm Oh, oh Hast ein Auge auf mich geworfen Okay, es war nur ein Glas Auge Soon tarnished Wilt thou be taken in the jaws Of the abyssal serpent Shown of light Nett Ja, äh Okay Ich hab zweimal gedrückt Spiel Lass mich noch zweimal dann trinken Oh, gut Danke Jetzt noch drei Leben Au Hätte ich sein können Aha Äh Was ist passiert? Hilfe Man kann doch echt nicht erwarten Dass ich den first try gemacht hab Gott Hilfe Ah Wir machen mal Eis Fett Fuck Ich wollte grad drinken In the embrace of Mesmer's flame Mesmer's flame Ah Ah Dieses Ausweichen da mal beim Erstenangriff ist echt widerlich. Kannst du bitte mal auf meine Träne? Danke. Er hat nämlich mehr aus als ich. Kann aber das für sie sich nicht heilen. Ah. Aha. Okay. 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 Ja. Oder Eis und Blutung. Ja. Diesen Angriff auszuweichen ist echt schwer. Mach dir einen Schaden. Ey, ganz ehrlich, ich könnte nirgends woanders mehr hin. Und ich versuche einfach Blutung zu triggern, ne. Naja, was. Ja doch, ich könnte nach dem Süden. Stimmt. Weißt du was, mache ich einfach. Äh. Genau, ne, man ist ja hier rein, dann Drachengrube und dann zack. Tue ich mir doch jetzt nicht mit dem an. Äh. Ist doch hier draußen schon eine, genau, Endstation da. Kommt mir so vor, als wäre es der Endboss. Das tut mich doch noch nie. Äh, pff. So lebst du mir, da bin ich auch noch nicht. Warte, bevor wir das machen, äh, ich, ich werde den mal versuchen, jetzt nochmal. Das Strahlkäfig-Dings da. Äh. Ja, den da. Weil das ist ja der Schwächste von allen Ja, definitiv der Schwächste Also, von denen ich kenne Das war zu früh Okay, da muss man rollen Okay Du hast meine Tränen, nicht mich Ich überlebe es Okay, da muss man rollen Ja, rollen oder springen? Genau, beides geht Aber springen hat ja eine größere Eile In dem Falle Toleranz Als das Rollen Weil beim Rollen hast du wirklich deine Eiframes nur Ja, das ist ordentlicher Schaden Jemandem da mitgeben kann Warme Trainer Yay, wir haben den ersten besiegt Der gibt einfach keine Runen Werde eine Blei-Trainer Oh Wir geben was für die Arznei Wir zeigten also spontane Abwehr Kurz Kurz die spontane Abwehr Alles klar Eine Kristallträne Die langsame Lauf Vieler Zeitalter dort heranwuchs Wo sich das Herz des Skado-Baums tief im Golem-Ofen sammelt Schadenresistenz und Abwehr-Gleichgewicht werden sofort nach Einnehmer einer Abweitung erhöht Wird eine spontane Abwehr erfolgreich ausgeführt Werden zudem Abwehr-Kunter verstärkt Das ist ein Ofen-Reserver Wer ist tot? Einer von Ich hab keine Ahnung, wo der nächste nochmal war Ich weiß, dass einer hier oben ist Der hier Das ist bislang der stärkste, den ich kenne Ja, einer ist auch hier Aber worauf habe ich denn noch einen gefunden? Ich hatte doch mehr als nur drei im Kopf Weil ich habe ja auch nur drei im Kopf Und denke, ich habe vier, obwohl ich nur drei habe Im roten Ah, genau Ich habe einen aus der Ferne gesehen Das war das Okay, danke Ich gehe nicht von dort aus Das ist in Ordnung Deswegen hatte ich vier im Kopf Was guckst du so? Hast du irgendwas Neues zu erzählen? Intrigierend Hast du, dass wir uns in Ordnung sind, sogar jetzt? Oh Though Michela's spell is newly broken I must profess The spell mattered little Uphold his covenant, Michela Shal And in godhood redeem our brutal clan Then Marika And vilest Erdtree Both Will at last be from divinity wrenched And surely I Contented I will be But first Clear resounds the call of vengeance The impaler Mesmer must pay his due And vengeance for the flames My blade I wield How could I allow myself to forget Revenge alone assures me peace of mind Think not to hinder me upon my path Lest you too Wish to face the reckoning Think not to Lest you too Ich verstehe warum Kevin da Dem Leute rufen wollte Das Problem ist aber Wenn man Leute ruft Dass der Gegner dem viel mehr Leben hat Das ist übrigens Oh Moment Ich habe hier eine Fliege Die ich töten muss So Reiser Den ich töten will Der denn durch das Lager davon Den er hier alles marschiert Ich frage mich echt Wie schlimm unten Das Gebiet ist Also im Süden Ich denke mal Ich denke mal nicht Dass es so schlimm sein wird Weil man da schon Relativ früh auch hin kann Ja ich habe gesehen Dass er da goldene Augen hatte Nicht auf mich oder Hätte ich bloß nicht gesagt Sollte Ja ne Nahkampf Ferner habe ich Ich habe eine Arschkarte Ja Ach Na zu Echt Da Danke für den Hinweis Ist mir gar nicht aufgefallen Dass er auf mich ging Ob ich da was markiert noch Das ist doch da Das ist doch da Okay Ach ernsthaft, er macht den Angriff sofort Alter, wie viel da noch? Reicht jetzt aber auch Nein, ach ernsthaft Ich kann ihn jetzt nicht angreifen Ah, ja, gut Ist doch irgendwie nervig, dass diese Greifanimationen, dass die dann absolut unsterblich sind Dass es keinen schnelleren Weg dahin gibt Vom Schloss wäre es einfach so mit diesem Fahrstuhl und das wäre genauso nervig Und dass der erste Angriff halt eben dieses scheiß Feuer, Bälle, Wand, Gedöns, Scheiße ist Nervig Ich kann nicht, wie man den ausweichen soll Ist er doch nicht Er ist jetzt einfach nur durchgelaufen Leute Uh Und man sieht einfach nicht beides Ich weiß einfach nicht, wie ich den bekämpfen soll Das ist echt eine doofe Stelle für den Daher das Einfach ignorieren Man muss das nicht machen Keiner zwingt mich dazu Ich ignoriere einfach den, der mit einer Pistole hinter meinem Rücken steht Ah, hallo Drache Nummer 3 Wahrscheinlich Ja, da ist der Oder? War das der? Ne, da war einer noch Ne Gibt er so noch? Ach Gott Das sind viele von euch Gewitter Hier Im Spiel Das sieht so aus Wie es hier gibt Hat Kevin hier noch ein Frag Karten Ich wette, die Karte geht noch etwas weiter südlich Sie kann sich Kann ich mir vorstellen Aber es kann auch Weil Außenrum Ne Hier oben ist ja kein schwarzer Rand Ich habe keine Ahnung Wir werden sehen Wird noch sein, dass es halt eben nicht ist Scharfer Schotterstein Oh Scharf Na, Frostdrache 3 Ne Ding Gipfel Drachling Kaff runter So Ah Hilfe 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 Ich wette, den scharfen Schotterstein brauchen wir für die besseren Ähm Für das bessere Drachenbundfett Was ist meine Träne überhaupt? Oh Das war zu früh Da Ähm Jedes Mal weicht der aus Was ist meine Träne überhaupt nicht? 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 Nicht mal Marikas Wahl Also jeder Boss bräuchte glaube ich einen Marikas Wahl Ja es ist an sich nicht so weit hier vorne aber es ist trotzdem so weit hier vorne Ich nörgle da gerne herum Nörgle nörgle Schmörgel 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 Ey hallo Ey doch Ich war einfach ganz gegen Drachenschuppenfleisch Drachenschuppenfleisch Wird Kraft, Ausdauer, Stärke und Geschick auf Kosten von schrittweisen AP-Verlust Okay Aber ne es erhöhte die Wahrscheinlich gibt es keine Ahnung plus 5 kurzzeitig Das heißt Es würde an sich so jetzt gar nicht springen In den meisten Fällen In den meisten Fällen Ich muss mal Kevin schreiben, dass es nur ein Scherz war Ähm Warte Ich schreibe es am besten auf 410 Äh Vielleicht ist das eher als auf Discord Vielleicht ist das eher als auf Discord Da lang Ist theoretisch eine Map Das ist die einzige die ich sehe Können die andere Maps sein Können die andere Maps sein In die Richtung laufen Ich versuch's erstmal in die Richtung Meiner soll Es kann ja so schlimm werden wie die Raubfasertapete Äh Keine Ahnung Rote Fugelblüten Oh Was haltet ihr davon Was findet ihr zum sterben Ich habe Angst mich jetzt umzudrehen Nein Oh Gott Was sind das für riesige Hände Oder Finger oder was auch immer Ein Aufwind Okay Immer kein Versperrter Äh Okay Ganz schön windig hier draußen Ganz schön windig hier draußen Ah Oh der Gnade ist aber irgendwie Die Situation schon wieder ey Genau in die Richtung ist es Und es ist halt eben auch wahrscheinlich irgendwo unten Ja dieses Gewitter hier Äh Äh Warum ich da unten überhaupt lagen Das ist ja so die andere Frage ne Sieht nämlich nicht so aus Ich laufe einfach den Weg hier weiter Ich werde schon irgendwas finden Ja wie zum Beispiel das Wo ich mehrere von denen gleichzeit ich bekämpfen werde Wenn ich meine Träne rufen kann aber ne danke Machen die sich grad gegenseitig Schaden So Also ich kämpfe gegen den Gewinner ja Ich glaube der Gewinner ist der Rechte Ich bin mir wohl unsicher Jetzt ist es der Linke Der der eine Bosslei seitdem hat ne Gegen die kämpfe ich gern wahrscheinlich Ja ich geh mal lieber weiter weg Nicht dass die mich auf einmal sehen Und mich angreifen leider Äh Keine Ahnung Zwei so klein ist halt ich irgendwie so seltsam Also so direkt hintereinander Guter Angriff Guter Angriff Komm werde ich Guter Angriff Guter Angriff Ok das stimmt doch Ja, ja. Ja. Ow. Perfekt. Nein! Oh Gott, plötzlich stung. Ähm. Was? Alter, wie Fisch. Okay. Das war jetzt mehr Schaden, als ich gedacht habe, dass das ansatzweise nur machen könnte. Jetzt muss es wahrscheinlich wieder, äh, weiter warten bis, bis, ach Gott. Ja, da kämpfen wir uns ja schon wieder. Der mit den Blitzen ist halt eben der Schlimmere. Okay. Okay. Oh, du weichst raus, sehr schön. Ach, gleicher. Nachmacher. Der auch doppelt so viel Schaden macht. Wann und Stein. Wann und Stein. Ich hatte einen Scheissnox. WirEtt compared. Wir warten. Forst sindsinn. Ach, weiter. T corporate. Cadillac. Lassdorf. Ach, 4. NJa. Det her Eis. Geräusche auf mich ist in Ordnung. Naja, so viel Schrauben hast du jetzt nicht gemacht, ich habe mit mehr gerechnet. Guck mal, echt nicht für Schaden, was der da keine Macht macht, ey. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach Revierkampf ist seitdem in der Art, ne. Aber ich will es halt eben hinter mich haben, dass ich halt eben, falls ich nochmal sterbe, was sehr wahrscheinlich ist, dass ich schon wieder alles angucken muss. Aber ich will es nicht Oh, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Okay, ich komm nicht gut hin. Nachdem so... ...Opferblutung. Oh, Schmerz, Schmerz, Schmerz. Oh Gott, hör doch auf. Was? Was? What a sight. A warrior true, if ever one there was. A fellow, Drake warrior. Egon. Piteous, Egon. Do you not remember? Conjure your past. How once you were. Achoo. When fear was yet foreign to you. Ah, Drake warrior. Ja. Valky, viel Spaß im Lock. Okay, ich bin schwör deine Silly gerne. Egon´s Krumfinger. Äh, aber ich sehe noch alle Fingern, die dran... Da? 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4... Ja. Warrior. I beg of you. Scale the Jagged Peak. Face Baal the Dread. Summon me. Okay. Werde ich machen, wenn es soweit ist. Ich will aber noch die Karte haben. Vielleicht komme ich hier rüber zu der Karte. Noch ein Aufwind nach oben. Es könnte... schlechter sein. Acht wurde zu vorkommen. Dankeschön. Ich gehe mal weiter weg davon. Ich gehe mal weiter weg davon. Äh... Ah, hi. Nett. Dankeschön. Ja, ist das nicht? Nee. Okay. Ich sehe keine... Ich sehe keine... Ich sehe nur diese roten Dinger hier. Keine Anrufungs-Dingsbums. Wenn... Senesachs. Okay. Senesachs. Okay. Ich hasse die uralten Drachen. Dann... Äh... Ah, darf ich nicht rufen. Ja, okay. Danke. 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 Tschüss. Liegt2020もし alle. Er hat auch mit dem Flügelschlag zu Ende ein. Ist doch gut. nix feurerie auf Ich hab kurz Angst Ich hab nichts dagegen, dass ich gegen den Schwanz geschlagen habe Ich hab nichts dagegen, dass ich den Schwanz geschlagen habe Das Eis auf jeden Fall schon mal Ich bin auf Lootung Ah, ich bin nicht anvisieren, danke So nervig bei dem Außer er macht den Flugartiggriff Warum macht das so viel Schaden Mach ich das vor allem Äh, Moment So nochmal Und diesmal hab ich volles Mana Unfair, ich hab geschlichen Ja stimmt, der trifft ja hier durch Wofür ist der Stein denn überhaupt da? Undogig Ja, ich hab dich nicht aufgesucht Den Kopf zu treffen ist einfach so kacke bei denen immer Das Wasser Und auch nicht Wasser Das läuft aber so viel schlechter als vorhin Da da lass mich doch den Kopf treffen Danke Ich drücke rechtzeitig B Aber ich drücke jetzt nicht War der Letzter Verblutung Find ich's Rosa Was macht er Was ist da Ich will den Jungen doch nur treffen Danke Okay Meine Trainer hat mehr gemacht als ich überhaupt Glaub ich Die sind einfach die schlimmsten Wow Die schlimmsten Drachenarten Ich hasse sie absolut Die anderen Drachen kein Problem Die besser zu treffen Aber denen War so nervig Weil die so hoch sind Und dann gibt's Natürlich Der scharfe Schotterstein Ich sehe zumindest einen Ort der Gnade Aber immer noch keine zweite Map Die hier sein soll Die anderen sind irgendwo da hinten Einfach das gleiche Problem mit Raufaser Ah genau das gleiche Problem Ah wir gehen aber weiter Elektroschleimer net Wir haben Igons Handbuch gefunden Vielleicht der Drachenkommunion Ah Blitzschleim oder Drachenblitz Ist jetzt Ich glaub das macht keinen großen Unterschied Dazu Die wissen tue ich es natürlich nicht Weil sie mich nicht mehr tragt wo ich bin Ich habe hier selber keine Ahnung Hat aufgehört zu rumpeln Ah hier würde jemand sitzen Ich hätte mal endlich das Gemälde gefunden Ja natürlich weiß Aber im Endeffekt ist es trotzdem Blitz Meine Aussage Dass es Blitzschleimer sind Ist ja faktisch nicht falsch Äh Muss jemand den Weiterweg sagen Das sieht aus wie eine Sackgasse Warum liegt auf Oh Hä Okay Ich frag mich weiter nach Verwandelt den Menschen In ein Ur den Drachen Oder hört die anrufende Drachenkommunion Oh Ja normalerweise ist ja hier der Der mit dem Dingsbums Aber irgendwie Oh Das ist die Stelle Oder Ja doch das müsste die Stelle sein Auf dem Gemälde Äh Das hier Ja das ist die Ja es gibt Ja okay Ich glaub dafür ist der Ist das der Grund Wo man mich hoch kann Der Einzige Ich Ich Mich da hin Das ist so schlimm Also Ist ja auf der Eine Art und Weise gut Dass es so verwinkelt ist Also so verworren Aber die Wie man die Maps erreicht Ist einfach nur Ach keine Ahnung Das Ich glaub das Das ist der größte Abfahrpunkt In dem Sinne dann Für mich dann War einfach so Du willst irgendwo hin Du siehst es Auf der Map Aber es gibt Keinen Weg dahin Wo waren hier Das Da war das Ne Im Hauptspiel Du gehst dahin Kommst relativ geradeaus Dahin Jedes Mal Nur im Untergrund Sind die Maps Seitdem ein bisschen Versteckter Aber das ist ja Die werden auf der Map Nicht angesagt Das ist ja die andere Sache Aber hier ist es einfach nur Warum hat man Pferdschaden bekommen Versteht mal was ich meine Hoffentlich Wäre roter Blitztopf Es ist einfach nur mühselig Oder mühsam Bei dem das Ja Dank Bestrecken mache ich gleich Ich habe das Gefühl Es hat da Falsche Richtung Geritten zu sein Vielleicht ist es ja doch Die richtige Richtung Obwohl es geht Fünf Ja das ist wieder Eins zu eins Die gleiche Problem wie bei der Raufhase Im Raugebiet Oben war falsch Aber woher sollte ich Das wissen Hier scheint es auch Irgendwie keinen weiter Weg Zu geben Ja gut Gut Mir gerade noch nichts Und Kevin nicht da ist Diesen Goldböcker Und ja Ich bin genervt Aber auch nur von dieser Map Das ist zum Geier Irgendwo ein Ort der Gnade Dazu Oder ist das da Ich glaube da vorne Wenn es hier keinen Ort der Gnade gibt Gibt es einen Gnade Ja Sieht aus als wäre das ein Bosskampf Oder so Ah Gnade Okay Wo ist der Alter der Drankenkommunion Hallo Warrier true Picture yourself Feasting upon a dragon's essence On the throbbing heart Of the oldest Violest dragon Of them all It would be the purest All of communion The fullest setting Of your hunger And your consummation As a dragon Hole Äh Nein Ein Tanker Oh Kommundion Was Mit Bale abhalten Jetzt Tyrannei Jetzt Flammenblitz Hallo Spoiler Wollt was Wollt was Ja ja Launig Yes As it should be Now Seek the jagged peak There you will find Bale The oldest and vilest of all dragons Landbau Warrior Follow your desire And slay the foul beast Devour its throbbing heart I will grant you the strength Required In the name of my lord Placidusax Die haben mich schon gekillt Seek das Urhaltendrachen Aber wie gesagt Es ist ja so die Frage Was ist das hier Ne Und Placidusax lebt ja außerhalb der Zeit Weil wir haben vielleicht eine Sorte von Placidusax getötet Ne Aber wer weiß wie In welchen Zeit Die denn noch alles lebt Über Bale In a time long past Bale turned upon the dragon lord The foul traitor Assailed our master And inflicted a grievous wound Only to make a hasty retreat Becoming a sworn enemy Of the boot Since that day Bale and his bloodline The drakes Have served as sacrifices For dragon union Landbound warrior My lord Placidusax Has shown your kind What must be done Hat er Seek communion Seek your boundless appetite Feel the euphoria Over dragons essence Taking root In your meager frame Kevin hat mir geantwortet Er schrieb nur du Arsch Hast du dir was anderes erzählt Wenn man ein Drache isst Ja Ja Kevin Ey Kevin wie kam es denn zu Der scheiß Map hier Kann ich verstehen Kevin kann ich verstehen Ich habe keine Ahnung Wie ich dann seit Deiner zweiten Phase Vorbeikommen soll Der macht Der macht Der vier Treffer Und ich bin tot Also der macht zu viel Schaden Ja Kevin Das ist nicht meine Frage Meine Frage ist Wie komme ich da ran Ich habe mir schon gedacht Dass die Map weiter nach Süden geht Weil Das hier ist einfach zu sehr abgeschnitten Oh okay Alles klar Und dazu warum sagst du dann Dass Kevin den Weg weiß Also Kevin könnt es dir sagen Hä Mir ging es doch um Team Happy Dazu du solltest auch zuhören lernen Ah Gott Über Egon Guck doch nicht nach Kevin Ich will es selber finden Ging es ja ums nördliche dort Oh Ich bin eh noch nicht Fertig gewesen Also von daher Ist auch nicht gerade klein Der winzig Der Drache Im Vergrö- Hansiaks müsste trotzdem noch größer sein Das vier ist auch nicht gerade winzig Ist es hier fort Dass ich schreibe So Ja Ja Ich wurde ursprünglich Dass es dazu da schreibt Achso Kevin ist schon wieder online Wow Ah Inventar Wer hat nun einen Schaden Mit Anti-Drachen-Effekt Zu verursachen Uh Okay Nett Na Da gibt es noch mehr Da will ich lieber nicht lang Wo das hier halt eben Andere Art von Drache ist Na Das hat nicht Nicht Kranziaks Solanziaks Also kein Kein Saks Also kein Axt Kein Axtrache Sondern die Die anderen Zwei Flügler Ja Hab ne Hütter gefunden Ah Okay, er sagte weiter im Süden. Also die Richtung dann, logischerweise. Wann ich auf der Map angezeigt? Charos verstecktes Grab, okay. Oh, die Weahseefahrer. Hallo? So. Auf hinten. So. 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 Bias Handbuch. Äh. Die Bias Ruf. Was macht der Segen? braucht fp um alle formen der schadenresistenz die körperliche zu erhöhen wird auch die schadensresistenz während der abwehrsitzung das klingt echt heftig das sind die geiststeiner das hier gabgrille und schädelknochen des grabhüters bort fp um jemand aus dem hinsatz zurück zu holen kann sich da so ein kleines glättchen dann holen oder da ist die mit wenn ich da im blauen gebiet ach Gott ey wegen deres na voll hübsch hier na die map ist wenigstens leicht zu erreichen aber ich habe noch keine ahnung wie man zu bale kommt bale hat kevin noch nicht gemacht die frage spiel hier ach du scheiße das bale hier ah ja gut also dass er ach die drachen hier richtig sieht äh da lang okay dann irgendwo also ist das ein ganz anderes gebiet hier unten als das äh als das drachengebiet ja ja okay ja hätte einfach warten müssen da äh ich äh mach mal ich mach mal ich mach mal eine kurze Pause also ich Essenspause jetzt ne wir hören uns dann äh in 20.15 wieder später hallo wieder da äh mikrofon ich will wissen was da oben jetzt ist ganz schön dazu ich habe in kevins chat gelesen dass du irgendwas geschrieben hast dass ich noch irgendwo nicht war oben wo war ich denn noch nicht oben oh du die schlafhütte aus dem boden ich weiß was was gibt es hier ich will nicht sein dass es dafür ist ne oh das schlafschleim oder so das kann ich wissen auf was hat mit der karte da war doch ein auf ja wenn ich mal die öffnen kann wirft er äh wo waren die karte ahnung äh meinst du den aufwind hier der hier ist also der hier entführt und dann halt eben da rein nee ich weiß nicht mehr wo die mob map war äh dem web war hier ne da war die map äh dann geh ich später nochmal dahin äh 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 ah interessant heikett ewiges schlaffett äh 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 Ich habe jetzt nur eine tiefvirulette Lilie. Verursacht ewigen... What? Ewigen Schlaf? Das ist heftig. Viel Spaß, Kit. Ja, klar. Viel Spaß. Deswegen ja. Kein Problem. So hübsch aus. Ich weiß gar nicht, ob Kevin das mitbekommen hat. Bei mir oder so. Oder ob du es denn gesagt hast. Oh Gott, hier geht es irgendwo runter. Ist hier da unten ein Ort der Gnade. Aber ich gehe dann erst mal von dem Gebiet hier weg. Weil das ist mir dann... Keine Ahnung. Ich habe irgendwie Angst. Hops. Ja, klar. Ich weiß. Aber du kannst es im Nachhinein erzählen, meine ich. Was er da schon war, das war mir bewusst. Der war ja schon fast mit dem Spiel dann fertig. Als ich da war. Ewiges Schlaf hätte schon echt... Klingt echt heftig. Wozu geil führt das hin? Wie heißt der Ort hier? Der Riss. Ah. Da kommt man auch anscheinend irgendwie wahrscheinlich hin. Wahrscheinlich irgendwie im Tunnel unter Wasser. Oh, ich sehe den Weg. War lang wahrscheinlich. Ah. Bevor ich das mache. Erstmal da. Der Aufwind bei der Map. Ich meine Aufwind gesehen. Die Richtung. Wo ist der Schutz? Ach da. Äh. Da an der Wand ist aber einer versiegelt. An das sie... Äh. Okay. Du meinst wahrscheinlich gerade das, was ich da schon gemacht habe. Okay. So kommt man da hin. Okay. Hallo Mausoleum. Was wird hier mich erwarten? Ich habe Angst. Ich wollte schon sagen, das ist doch kein roter Bär. Danke, dass du gewartet hast, bis ich mich geheilt habe. Das ist doch sehr schwer ist er nicht. Das ist doch sehr schwer ist er nicht. Wow. Also nach dem einsamen Ritter hatte ich hier sehr viel mehr erwartet. Ah. Fanghelm, Eisenhinden, Eisenhinden, Eisenhinden. Wow. Okay. Es scheint, es hätte noch mehr Mausoleen zu geben. Da gibt es wahrscheinlich irgendwo ein südliches Mausoleum. Würde schätzen, dass das hier das ist. Sehr stark. Und irgendwo im Osten. Entweder in dem Gebiet hier, was ich noch nicht sehe. Nö, sagt mir nicht, dass da eine Sternpfeilbäste hier drin ist. Wahrscheinlich in dem Gebiet, was ich nicht sehe. Aber immerhin haben wir jetzt hier gesehen, dass der Weg hier, äh, ja, ne. Ich hätte komplett das hier zu erkunden. Das alles hier. Da ist man rausgekommen. War Drache. Nämlich erstmal nach Norden. Hier war Doppeldrachi. Jetzt Egon. Hier war, genau hier, war ja Grenze. Dann bin ich hier. Und irgendwie dann hier hoch und dann, keine Ahnung. Ah. Guck mal, hier ist auch so eine Struktur. Die ist auch, äh... Da. Komm, guck mal mal. Da, wo ich gerade dachte, auch lang gehen zu können. Ich muss nur irgendwie da hinten hin. Hier auch einfach eine Friedenszone ist. Jetzt nicht mehr. In die Richtung muss ich. Ah, das ist ein Ort, der Gnade ist. Ah, okay, man kommt nur über... Ist das so eine Säule? Ah. Man kommt anscheinend nur über das blaue Gebiet da hin. Darüber, darunter. Ah. Glaub nicht, dass ich den Sprung hier runter schaffe. Seifle ist ganz stark. Ah, ich kann es ausprobieren. Nee, das ist definitiv zu hoch. Äh. Das heißt, es ist dann das Finale von... Ach, woher die hier ist halt eben auch das hier, ne? Der Riss. Das ist Flamphi. Oder hier. Eins von beiden. Äh. Das ist echt schwierig, wo man hin soll, ne? Aber ich sage doch, dass es noch etwas weiter südlich geht. Das ist zwar zu abgeschnitten unten. Hm. War im Riss kein Siegel? Nee, vom Riss komme ich nicht hoch. Lieg mal nur runter. Oder was meintest du mit Siegel? Wir gucken einfach den Riss mal runter. Ich meine, wenn mir da irgendwas zu viel ist, ich kann ja abhauen, ne? Hallo, Creep. Z, Delta, drei. Oder einfach nur Creep. Oder nur Delta. Willkommen. Delta hört sich besser an. Hallo, Delta. Riss im Steinsarg. Okay. Wo Kevin da war, hat er einen Siegel? Okay. Kann gut sein, dass es Siegel halt dem war, äh, bevor man hier reingeht, weil, als man nicht hingegangen ist, ja, ne, ein Siegel zerbrochen von, äh, von, Mikella. Und das hat wahrscheinlich dann, oder Marikas, ja, oder so. Und dementsprechend hat dem, hat sich wahrscheinlich hier mehrere Orte geöffnet. Kann auch sein, dass das Gebiet jemand später machen soll, als, ja. Wattenburgfried, aber Wattenburg, Berg, 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 Bieg. Wattenbergfried ist mir einfach zu, äh, nope, kein Bock. Au. Äh, bis zum DLC? Ja. Äh. Okay, die Lampe bringt dir rein. Gar nichts. Hm. Wieder mal zu viele Wege. Ah, Gott, schreck mich nicht so. Eine Verwesung. Hä? Entschuldigt. Hui. Witzig. Dankeschön. Danke fürs Gesundheit. Ja, aber... Einige der Dinger sind immer noch kaputt. Also, es ist... Ich frag mich, wann der nächste Patch rauskommt. Ich höre einen Käfer. Okay, die sind nicht so... Drei Schläge mit der anderen. Das ist in Ordnung. Wo höre ich den bitte? Oder wo habe ich den gehört? Ich habe mich nur ein bisschen erschreckt. Ich habe mich schon gedacht, dass das passiert. Ich habe mich trotzdem ein bisschen erschreckt. Ah. Schlaf. Schlafspucker. Okay, alles klar. Okay. Los erstmal mit der andere aus. Allein wegen dem bisschen mehr extra Schaden. Dankeschön. Zwei Stück von denen sogar. Wo sind wir gestartet? Da oben. So eine heftige Aussicht. Aber inwiefern sind das Steinsärge? Und wenn wir in der Steinsärge sind, was lag da bitte drin? Oder was liegt da drin? Ja okay. Okay. Ist in Ordnung. Ich meine, ich hätte hier eh nur das ganze Gebiet oben zu machen. Na, so ist es nicht. Ich setze mich da ran und mache das Gebiet erstmal oben fertig. Ich sehe, ihr habt etwas weggeworfen. Das hättet ihr unter keinen Umständen tun sollen. Wir wollten denjenigen Erlösungen bieten, die nicht zu retten sind. Wenn ihr nicht einmal euer anderes selbst retten konntet. Und schwarze Magie. Manchmal kann man selber andere Leute besser retten als ich selber. Hier lasse ich meine Liebe zurück. Oh. Seine physische Liebe. Bin ich nicht, ne? Ähm. Ja gut. Das ist ziemlich unter Wasser. Äh. Und dazu schreibt noch nicht, dass es wie die Hype in seinen Tränen ist. Ja, die Kevin in seinem ersten Durchspielen da komplett ignoriert hat. Ja. Ja gut. Da, ne? Problem gelöst. Das ist die Richtung der... Hier. Aber hier gibt es ja noch einen, ne? Ah, okay. Schreckliche Dinger. Was wäre, wenn Delta... Wenn ich nicht Delta geantwortet hätte, dass ich auf Xbox spiele. Weil das war ja nicht in der Frage mit drin. War ja nur Playstation oder PC. Also von der Optik her ist das bisher das hübscheste Gebiet, ne? Da gefällt mir das hier. Also da gefällt mir das hier. Das sieht ja so schön aus hier. Resonanzstein. Was auch mal ein Resonanzstein ist und macht. Schriftstein. Schriftstein. Oh. Es gibt es auch in Dark Souls 1, 2 und 3, glaube ich. Aber es ist halt eben ein Wunder. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Auf jeden Fall, dass es halt eben, dass man da mehr Nachrichten aus anderen Welt empfängt. Äh, macht ein Geräusch, dass die Anwesend eines Menschen nachahmt. Hä? Hä? Kann gut sein dazu, dass es so hieß. Was soll man denn hier irgendwelche Höhlen und so alles finden, wenn alles so verklüftet ist? Irgendwie die eine Höhle hier, ne? Irgendwo hier sein soll. Hier war da die, äh, ja. Die ist wahrscheinlich von dem Gebiet dann aus hier. Kann ich mir vorstellen. Reba-Talilio und Aster-Flammenblüte. Okay. Oh, hallo. Weil man muss ja eigentlich so im Zickzack herumlaufen, dass man irgendwo auch nur ansonstenweise etwas findet. Dann findet man nicht mal was. Leider. Mittelknochen des Grabhüters. Okay. Aha. Warte. Hm. Also wenn ich irgendwie an einem Ort der Gnade oder so vorbeilaufe Knack bitte Bescheid dazu Ja gut Äh Aktiv suche ich nicht danach dazu Ich meine entweder werde ich sie finden oder Ja gut Ich bin nah dran Wird die Frage wird die von einem Gegner gedroppt Liegt die einfach so herum oder Boss 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 ich brauche Boss Also von dieser komischen Tante Da bei der Raubfaser Habe ich nicht gedacht dass das erst eine Helebar ist Wow Kevin vertraue ich gar nicht mehr da Habe ich immer angelogen Er hat mir gesagt dass er den First Try Den Boss geschafft hat Und da bin ich offline gegangen Weil ich so traurig war Warte ne es war andersherum Nein Au 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 Das ist fein Hier ist nur einer Das bretzt sich überall hinaus Das ist nervig Ich habe schon immer Gas gegen die zu kämpfen So Trainer Jetzt machen wir mal Hilfe mit Danke Ich habe schon mal Hilfe mit mir 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 Ich hasse Todesrietenvögel Die Todesrietenvögel sind für mich die schlimmsten Kämpfungsmäßig Oder kommt der nur nachts Warte mal Nicht Nacht Das ist kein Nachtvogel Ein Alwettervogel Also Steingolem und die Viecher sind einfach nervig Auf den Nerven Den deutschen Dievieh Dievieh Ich bin gut. ruft der geister flammer dankeschön danke fürs gg ja gut und im hauptspiel ja ich fand die todesvögel gar nicht so wild glaube ich bin nur einmal an den gestorben oder so irgendwas was ähnlich hat er gesagt klebe ist keine hilabade spiel das ist keine hilabade das ist eine klebe dadurch dass das ja auch eine klebe das ja auch das ist keine hilabade leute das die würde sogar mehr als sperr zählen sogar das hier eher richtung sperr es ist doch keine hilabade ich hasse es ist schrecklich es tut mir in der seele weh ein ausschnitt und ja das ist auch eine klebe macht doch eine kalorie klebe enttäuschung enttäuschung pur auf dieser ebene ja Ah, naja. Ja. Was soll ich schon dran ändern können? Gar nichts. Gut. Oh, Höhle. Hallo. Was bist du? Ein Kerker. Okay. Der zweite Kerker. Also es gibt neue sind Schmieden und Kerker. Mausolieren. Mausolieren einfach nur kleine Bosse sind. Weiß und Dark Souls 1 habe ich noch verstanden, dass es seitdem nicht zu viele Kategorien gibt. Dass seitdem die Schwarzritter, äh, Klever, halt eben, Helebade heißt. Oder in der Kategorie war. Ja, okay. Mir fehlt ein Kerker-Schlüssel. Warum ich den herkriege? Oh, Riech ist es. Ihr seid immer noch relativ widerlich. Möchte Geisterfirma. Eine Grabgrille. Oh. Auch mal gefunden. Es ist also wirklich schade, dass ich keine neue Waffe, äh, nehme. Nö, anscheinend. Ah. Ah, ja. Müssen wir damit leben. Alle Vögelis. Na, da ist der andere, den ich gesehen hatte. Ja, komm her. Da unten, ja, da unten war ich gerade. Das ist ja die, wo es nicht hingeht. Noch nicht. Wo auch immer es diesen Schlüssel gibt. Wow. Aber ich bin runtergefallen. Ja, mal sehen, ob der auch so ein Flamm-Tornado macht. Das war... Ich hab das geklebt. Ich wollte... Ich hab's gesehen. Ich weiß, was mir zukommt. Aber ich wollte nicht ausweichen. Wollte sehen, was passiert. Das war schon cool. Hat mir gefallen. Nein, nicht das. Hallo, Flamm-Bällchens. Renn schneller. Renn. Gibt's hier? Grabvogelasche. Ah, okay. Alles klar. Ja, so saß ich auch da. Ich mag den Emotion. Der ist cool. Er ist haft. Von dem bisschen bin ich gestorben. Und dann gibt's hier Marikas Fahl. Das heißt, wir können ihn bekämpfen. Glaube ich richtig. Äh... Ja, da oben. Oh, geil. Wie... Lass mal kurz hier unten gucken. Da ist ein Item. Erst mal meine Runen holen. Ja. Entschuldige mich mal kurz. Die Flammenbälle noch hinter mir gehört. Jetzt will ich sagen, dass das jetzt hoch ist. Danke. Du machst ihn auch nicht wirklich für Schaden, aber du musst halt dem, äh, ne, die zu Fall bringen. Aber der scheint irgendwie geschützt zu sein. Oh. Auch kein Schaden. Ich schade. Ah. 好吧. Ich würde mich wissen, dass das wieder wiederschätzt hat. Ich würde mich nicht auf der Tatて. Ich würde mich nicht auf der Tatte. Ich würde mich nicht auf dem Militaren. seiten war ich kann wie man dem schaden machen soll recht macht man dem kein schaden bisher im feld und dann muss man ja kann ja sein karte da war ich halte mich jetzt weiter rechts nicht verarschen schon sagen also dazu finde ich irgendwas an ort der gnade oder was für mich auch noch wichtig ist dieses skado baumfragmente vorbei laufen in der nähe bin wenn ich vorbeilaufe bitte bescheid sagen und auch die aschen die werden auch noch nützlich aber die sind jetzt nicht ganz so priorisierend nö Nö. Ohne Hilfe? Nö. Ach so, ja gut. Ich renne auch genau rein. Ja, okay, das ist jetzt kein Vergleich zu den Boss-Varianten. Weißt du, ich finde es jedes Mal schön, ich spreche das an und irgendwas davon passiert, ohne dass du was sagst. Ich wusste nicht mehr, was es... achso, du hast eine interaktive Karte dazu. Kannst du alles herausfinden, was du willst. Also der Grabhüter hat anscheinend mehrere Schädelknochen, alles klar. Ah, okay, okay, dazu. Äh... Dann habe ich das hier auch erkundet. Ja. Da war hier... Ja doch, da war die Remiranda-Blüten gerade. Da war das Nilpferd. Das heißt, äh... Runter... Äh... Den einzigen Runterweg, den ich gefunden habe, war der da hinten, ne? Vielleicht... Oder gibt es noch einen anderen Runterweg? Wenn ich sonst keinen nicht gesehen hätte. Schon ein bisschen mit den Augen weh. Blau. Warte, apropos... Äh... End. Wieder Erfolg in der Küche. Himmelblaues Ufer. Äh... 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 Ist schon hier. Sorry, aber euer Gejammer stört die Schönheit des Gebietes. Oh, oh, der Gnade, sehr schön. Samt irgendein Durchgang. Führt wahrscheinlich... Ja, führt da rein, okay. Zu einer anderen... Zu einem anderen Ofen-Golem. Wenn die nochmal so hießen. Ja, da ist er. Mal kurz was nachgucken, Moment. Äh... Nein... Ich hab mich mit meinemmesan, für dich da Moskola und die Leer die äh... Dann habe ich mir gemacht. Ja, ich kann mich nicht mehr in die Frage,哪 Anthem. Aber das ist die Frage. busted die Frage. Sch TB, dope nochmal durch. Sein Ansatz. Ich hab's gleich, Moment. Ich muss nur kurz was nachlesen, ist gerade ein bisschen wichtig. Oh, okay. So mal hier hoch, ich weiß, wie der geht. Und BB dazu. Ich hab jetzt nachgelesen, wie der geht. Also, was ich irgendwie nicht ganz verstehe. Wieso? Was genau war das nochmal? Ja, erstmal da ist ein kleiner Weg. Ich hab mich ein bisschen über dich schlau gemacht. Deswegen. Und dadurch, dass er nicht angreifbar ist, wollte ich wissen, ob es irgendwie einen Trick gibt. Ich hab mich schon ge... Oh, hier oben war ich noch gar nicht. Hing auch spekralig. Au, au, au. Wo war ich vorhin lang? Hilfe. Verwirrt. Ach, hier durch. Äh, so, und jetzt... Ja. Lass mal angucken. Ja, war klar. Ne, dass die ja dem auch Glaube brauchen, aber es ist ja... Ja, also im nächsten Run werde ich nach dem, äh, Teil in Glaube reinstecken müssen. So, wunderbar. Aber es ist ein Zauber, ja. 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 Weil die ganzen Todeszauber waren immer teilweise mit Glauben. Hinten ist er. Weil mich hat der Aufwind irritiert. Ja, deswegen wollte ich mal gucken, ob der irgendwas Besonderes ist. Ja. Einer durch den Boss, einer durch halt eben das. Ja. Ich frag mich, ob er die Boss zählen, auch, äh, im Hauptspiel halt, den dann duplizieren kann. Ich hab die eine ja verkauft. Ja, du kriegst absolut keinen Schaden, wenn ich an die Radran bin. Äh, ob man die Seen duplizieren darf, klar, darfst du sowas sagen. So, er muss eigentlich in die Nähe von mir jetzt kommen. Alles klar, okay. So, bitte herkommen. Ich will das ausprobieren. Ah, ich hab ne, oh, ich hab ne Verputung, was ich hier machen muss. Ja, hi, komm mal her. Hi, komm mal her, sag dich. Ja. Ja. Ah, der will nicht. Der will nicht zum Spielen rauskommen. Oh, sehr schön. Wo sind die? Ja, die sind sehr fett. Ich habe mir auch gesagt, wer kommt bitte darauf, Feuertöpfe reinzuschmeißen? Oh, das habe ich mich gerade belesen. Ah, aber die Dinger sind fett. Ah, ne, warte, ich will erst mal nachgucken, was das jetzt ist. Ah, Angriffe von Geistern werden versteckt, okay. Ah, können wir darüber was lesen. Ey, guck, ich bin Stufe 200 geworden. Warum sagt das keiner? Nein, Mann, stopp damit. So, du hast die Tee gemacht, alles klar. Was für ein Tee hast du denn gemacht? Danke, mich nicht greift, das heißt gut. Das war zu früh. Aber lass es dir schmecken trotzdem. Ich muss es ja nicht trinken. Das war zu früh. Komm schon. Danke. Das ist doch so viel Leben. Oh, da muss ich rollen. Okay. Nein, nein, das ist ja keine Animation. Nein. Oh. Schade. Oh. Vielleicht sollte ich jetzt auch die Säge auspacken. Ich weiß nicht, ob die immun gegen Blutung sind. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wenn sie es nicht sind, gut für mich. Wenn sie es sind, ja, ist nochmal so. Nehmen wir auch Eis mit rein. Ich schmeiß für den sogar in der Brune rein. Den haben wir. 3842. Ich verstehe mittlerweile auch, warum ich nicht volles Leben habe. Das zählt, indem ich das mit, was das einem wiedergibt. Dann nur zusätzlich. Nein, 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 nein. Das war zu früh. Die Fatschasse gedrückt. Das war zu spät. Das war zu früh. Oh. Er liegt. Es ist echt nicht leicht, das abzutäumen. Au. Ja, hallo. Hast du mir so viele Neuangriffe? Ich kann da mitspringen, will ich nicht besser, klar. Au. Sagt der. Ne, keine Blutung haben sie. Ich bin genau. Oh, das ist immer dein Fuß gewesen. Gebt nicht dein Fuß. Er wäre gerade doch sogar noch hingefallen. Und, lol. Marktgrüngeheimnistrainer. Gebt alle Ausdauerkosten im Anzeigen. Okay. Es gibt also sämtliche Magie und sämtliche Ausdauerkosten. Okay. Dankeschön. Danke fürs Gigi. Es ist auf jeden Fall interessant, was sie für Sachen droppen. Es würde auch das schwere Feuertopf gehen, ne. Muss nicht unbedingt der... Nicht der schwere Ofentopf sein. Der hier würde an dem auch gehen. Aber die höchstwahrscheinlich. Er ist schwer. Schwer wurde definitiv da geschrieben. Ja, kann. Aber ich weiß nicht, in welchen Fällen es wirklich nützlich ist. Finde ich. Selbst wenn man hier den, ähm... Asurus Komete mit einbezieht. Äh, du verbrauchst mehr Mana als Ausdauer. Beim Wegrennen. Ja. Äh. Ne, da ist das mit der Schutzschutz schon lieber. Richard und die 50% Heilung. Dann würde man noch eine dritte Sache mit den Arznei reinmischen können. Wäre cool. Da kann man hier hoch. Warte mal. Ich glaube, ich war hier schon mal, ne. Ich, nicht, ich... Ja, doch. Ich bin hier schon mal runter gewesen. Oder? Das hier? Ah. Kann gut sein, dass das hier war. Bin mir aber nicht mehr sicher. Wir haben drei Ofen... Äh, ne. Drei Ofen-Golems von... Die, die ich bis jetzt kenne, von sechs. Oder? Oder wir haben... Den hier. Und den hier. Ne, von fünf, die ich kenne. Drei von fünf. Äh, ja, haben wir. Dass die da... Dass die da... Dass die auch nichts geben. Ja? Warum sind die so riesig? Ich weiß, was bringt das einem? Oh, oh. Ja, daran erinnere ich mich. Hier war ich definitiv schon mal. Das ist Erinnerung. Äh, dazu... Äh, inwiefern gehen ich beide zusammen? Ich meine, es bringt dir im Endeffekt nichts, weil du... Ausdauer ist das geringste Problem, was man meistens hat. Und deshalb sagte ich, ich habe lieber die, äh... Das Schutzschild und das Leben. Klar. Wäre natürlich möglich, ne. Klar. Aber wie gesagt... Auch wenn du mit Asus kommst, du hast da... Selbst dabei hast du an sich keine Ausdauerprobleme. Bei der Reforged-Mod, ja, da war das was anderes. Da war auch Mahler immer ein Problem. Sorry, ich dachte, ich habe die Frage schon beantwortet. Direkt. Indem ich sagte, dass ich ja dem, äh, lieber... Was anderes hätte. Aber ja, beides wäre möglich. Ich selbst sehe nur keinen Sinn dahinter. Ein Mahler, der nicht auf, äh, Konstitutions geht, der ist, äh... Ja. Ja. Dem ist auch nicht mehr zu helfen. Du hast die Säten genutzt, doch. Ich finde es aber sehr nützlich. Vorhin hat er mit 50% Tapir das Schild. Ja, das ist nur, dass man nur eine Physik hat. Ja, ich habe halt eben unten in der Leiste nur drei oder maximal vier Sachen. Also von daher... Ha. So leicht kann ich sie nicht vergessen. Aber klar, wenn man sie selten nutzt, dann kann man sie auch leicht... Äh, vergisst man sie auch immer öfter. Okay, was für ein Boss kommt hier? Eine Windschwunden. Du bist der Boss. Achso, schon wieder so einer. Herzhaft? Okay. Ich packe nicht meine Bossleiste. Ihr seht immer aus wie diese sauren Würmchen von irgendeiner Marke. Und auch so blau-rot. Ich glaube, die sind von Trolli oder so sind die hier. Ich kann da mal reinbeißen und sagen, ob die genau so schmecken. Ih, da ist ein Blitzdinger. Das ist ein toller Wasserfall, muss ich sagen. Das ist so bescheuert, was? Äh. Bestimmt der Praktikant gemacht. Äh. Was seid ihr denn? Das sind auch die Halbmenschen, ne? Äh. Viel Erfolg nachzu. Das ist eine Halbmenschenkönigin. Ah, das ist die auch gibt. Marika. Äh. Wie viel Schaden kriegt hat die gekriegt? Ähm. Ich will ja nichts sagen, aber... Es gibt hier immer noch tausend... Hunderttausend? Okay. Ähm. Schwert des Geistes. Eine Schafe in der verdrehten gehafte Klinge. Das ist genau der gleiche Text wie beim... Bitte. Klebe. Und auch die gleiche, äh... Fähigkeit. Ein Schwert, auf dem eine Reihe aus Schimmerschenke fertigter Stern angebracht wurde. Waffe der Halbmenschen-Schwertkämpfer. Wenn die Schwertkämpfer von ihrer Könige mit dieser Waffe beschenkt werden, schwören sie, die Wahrheit zu finden, die am Ende der Prozession der Sterne liegt. Und es ist Konstellation. Ein Talent, das nach einem... Ja, okay. Durchstrengt lineierte Schimmersteine mit magischer Energie und führt einen Aufschlitzangriff aus. Durch wiederholte Eingabe könnt ihr mit bis zu zwei Angriffen nachsetzen, von denen jeder mehr Schaden verursacht als der letzte... Uh, das hört sich cool an. Das hört sich... Oh mein Gott. Das ist ein Katana. Uh. Uh. Neue Weisheitskatana. Kann ich noch nicht ausprobieren. Da oben ist es wahrscheinlich wie eine Geister- oder eine Kremataline-9. Ne, was legendäres. Es ist eine große. Ja. So, jetzt war ich den Weg hier abgegangen. Irgendwie muss man auch auf die Seite kommen. Ah. Uh. Entschuldigt. Nein, nein. Ernsthaft? Frage nachzu. Huh. Danke. Hmm. Bomb, 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 bomb. Hm. Irgendwie muss man ja noch auf dieser kleinen Insel kommen. Entweder ist das per Teleporter oder durch eine Höhle. Bisher finde ich gar nichts davon. Der respawnt. Okay. Aber es ist deren Waffe, ne? Ja. Sieht doch hübsch aus. Oh, nett. Nett, nett, nett. So, ich bin weiter rechts. Einfach nur rechts halten, ne? Von da oben kann man theoretisch auch hier runter steigen. Okay, das ist, ja. Wie man dann wollen würde. Es sah aus, als wäre der Grund. Es sah so aus. So langer Weg. Hier gibt es echt in der Nähe keinen Ort der Gnade. Oder Gräbertallilien, die man da bekommt. Ja, das ist definitiv Mausoleum. Das sieht man von hier aus. Wie kommt man auf den rauf? Wenn ich über... Ja, hier. Dankeschön. Wow, Hisky. Du bist geil gestorben. Warum? Warum übersehe ich die denn dann dauernd beim ersten Mal? Gibt es doch nicht. Wie übersehe ich sie oder ich vergesse, dass sie da waren? Machen wir mal ein Level. Na, Quatsch. Egal. Fünf Punkte würde es sogar zum Glück geben. Oh. 1.286 bei der Waffe. Sehr schön. Ich meine einfach... Nee. Oder gibt es eine Landbrücke? Also eine Wasserlandbrücke. Ja. Gott, so ein Schemen. Verlockender Pfeil. Verlockender Pfeil. Verlockender Pfeil gefiedert und verlockender Bolzen. Ist der bitte verlockende Pfeile? Finde ich ja sehr verlockend. Mal da nachzugucken. Äh, mit faulender Spitze. Bezeugt am Einschlagsort weißer Rauch, der menschliche Feinde anlockt, die sich nicht im Kampf befinden, um ihre Aggression auf sich zu ziehen. Effektiv gegen Halbmenschen, auch wenn sie bereits im Kampfzustand sind. Wow. So, wie kommt man da rüber? Ah. 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 Wette, das ist irgendwo eine Höhle. Hm. Hm. Irgendwo gibt's hier eine Höhle, aber wo... Ich mach nochmal genau um. Äh, ich hab's gefunden. Äh, da geht's woanders. Okay. Gehen wir jetzt mal den Weg. Okay. Weiß ich wenigstens, was die machen. Ja, gut. Oh, unnötig. Okay. Ja, aber ich glaub auch nicht, dass Kevin wusste, dass man irgendwie da hinkommen muss. Dann. Oh, naja, wahrscheinlich auch nicht dann so sehr. Also ich hab die auch jetzt wirklich nur rein Zufall gesehen. So, okay, irgendwo muss hier doch ein Höhleneingang sein und dann hab ich gesehen. Oh, hier geht's noch etwas runter. Oh. Nö. Nö. Jetzt runter ist das natürlich gar nicht schwer. Okay. Äh, okay. Alles klar. Ich rieche, muss ich? Wo ich nochmal herkam? Hier lebt noch. Leider kam ich nicht her. Oder? Doch, hier kam ich her. Ist Kevin in den Riss reingegangen dazu? Ja, ja, gut. Dann hättest du mir davon jetzt nicht sagen dürfen. Ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen, äh... Ne? Ne? Spoiler. Aber nur ein bisschen. Ist in Ordnung. Duftöl von Rannar. Wart ist B, um Flammen nach vorn zu spüren. Äh, ein Endlose-Gebrauchsgut. Ah. Das ist eher aggressiv. So, sonst noch was hier. Ach, das ist eher aggressiv, weil ich angegriffen habe, ne? Tut mir nicht so ganz leid. Äh, gucken wir mal. Südliches namenloses Monsoleum. Genau, Mausoleum. Sensorin von Rannar. Ey, ich hab das gefunden, was du da verloren gelast. Nächst kommt dann die Klingentänzerin ran. Oder wie auch immer die nochmal hieß. Also, nach dem ersten Mausoleum hat man echt Respekt vor denen. Und dann, ja, jetzt irgendwie... Uh, hübsch. Ja. Äh, die Stärke von Tanzangriffen. Okay. Der Tanz von Rannar ist von brennender Leidenschaft geprägt. Die leidenschaftliche Tänzerin lassen ihren feurigen Tanz niemals enden und verlieren dabei sogar ihren Namen. Erlischt ihre Leidenschaft, erlischt auch ihr Lebenslicht. Griffgegner beim Ausführen eines starken Angriffs mit einem tanzenden Überfall. Okay. Ein wilder Tanz, der so... Der eine Reihe von Heapangriffen ist festgeteilt, um den Tanz zu lang fortsetzen, wie er über Ausdauer verfügt. Ja, gut. Mit Endlosausdauer wäre das kein Problem. Oder wir hatten hier einen anderen euch vorgelesen. Äh, der hier. Äh... Rotbären, dessen Namen im Wahnsinn verloren gegangen ist, mit Eisennieten verstärkt. Nachdem er einen Bären in einem furchtbaren, blutigen Kampf erlegte, war er fasziniert von der unverfälschten Herrlichkeit seiner bloßen Stärke. Ich möchte ein Bär sein, nicht mehr und nicht weniger. Nachdem er den Bären in einen blutigen Kampf erlegte, wurde er von einem ungetrübten Ruhm seiner rohen Kraft fasziniert. Okay. Äh... Metzelt seine Beute mit scharfen Klauen in einem großen, aufsteckenden Armschwung hin. Der Tanz erzeugt ein Vakuum, das kontinuierlich Schaden verursacht. Durch wiederholter Eingang könnt ihr mit bis zu zwei Angriffen nachsetzen. Hm. Guck mal, die haben sogar Texte. Oben entfessender Anblick brillanter blauer Blumen mit kolossalen Steinsärgen, die aus unbekannten unterirdischen Quellen an Land gespürt wurden. Im Osten ragt der Klingengipfel weit in die Wolken hinauf. Na doch, ey. Was beinhalten diese Steinsärge, bitte? Die sind gigantisch. Boah. So, ich will... Theoretisch... Da hin. Ich will da aber... Ja, da ist eh nur... Kram. Da sollte vielleicht auch noch was sein. So, heute vielleicht... Au. Ah, je, je. Habe ich mich erschrocken. Ich will vielleicht gucken, ob ich jetzt... Äh, ob ich immer noch drei Skado-Bomb-Fragmente brauche oder vier. Oh, Tiefiolete, Lilia. Danke. Da ist die Karte gewesen, ja. Damit würde man... Okay. Okay, dann... Da habe ich keinen Weg gesehen. Ist hier vielleicht noch irgendwo was? Ist das da lang... Gerade lang gekrochen? Oh. 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 Das war ein Gemetzel. Hier ist nicht mal was. Hier sind einfach nur zwei Hände. Ich habe mich da immer ein bisschen verarscht. Die Erwartungshaltung ist einfach zu hoch jedes Mal. Ich weiß nicht, ob Elden Ring auch daran schuld ist oder andere Open World Spiele, wo man sagt, man muss überall irgendwo was erwarten. Damit sind wir nicht dort, wo ich dachte. Das da will ich noch erplundern. Eine große Gräber-Talilier. Hm. Wenn ich Zukunft vorhersehen. Ja, aber es ging nicht ganz dahin, wo ich dachte, dass es hingeht. Ich habe dich nicht mehr gesehen. Stimmt, die mit den, äh, legendären, die sind einfach viel, viel breiter. Ich habe nichts gesagt. Hier ist nichts legendäres. Okay, komme ich doch da hin. Oh. Fingerruinen von Ria. Sehen aus wie Fingerabdruck, äh, Finger. Die ganz speziellen. Was ist mit den Schatten da unten los? Sind ja auch da unten, ne? So winzig klein. Ja, dass die jetzt überall Hände... Wer hätte gedacht, dass jetzt überall Hände sind? Hand hoch. Aber zeigt nicht mit den Finger auf mich. Wollte ich nur die Hand reichen. Ey, Dunkelschmiederschein 2. Braucht dich. Auch vorher schon. Endlich. Ich habe ich nur die Schmiederschein 2. Endlich. Hat lang genug gedauert. Ey, ich wollte gerade so erst mal Feuer wechseln. Oder wir können mal normales Feuerfett auch mal wieder nutzen Hier habe ich das Kochbuch für die Für das Feuer haben wir Für das königliche Magiefett Das habe ich bis jetzt noch nicht gefunden Und das für den Drachenblitzfett Keine Ahnung, von Giftfett Feunisfett, Blutfett Eisfett Und Drachenblitzfett, dass es noch schlimmere Varianten gibt Könnte gut sein Die Kochbücher muss ich unbedingt finden So trinken sind sie jetzt nicht Doch, hätte sie gerne Ey, dafür brennst du Ey, dafür brennst du Wie habe ich das jetzt hier gemacht? Ich glaube ich habe es gefunden Dazu, was du meintest Okay, dann gibt es höchstwahrscheinlich Noch eins da Dann gibt es glaube ich nur die zwei dann Oder gibt es mehr Ey, ganz ehrlich bin Kevin und ich dann Nachdem die Äh, unseren Magie Und, äh Anrufungs Äh, machen Ich werde mir die Zauber mit rüber nehmen Was seid ihr denn? Ist so ein Geil, was hast du gemacht? Haupt damit Mutartige Schuppe Jetzt mal hier am Rand überall entlang Und übersee dann einfach wieder die Orte der Gnade Die es hier gibt Was ist das? Ey da Ich werde die Zauber haben Der ist sehr lauter Zauber Aber ich kriege keinen einzigen Okay, zwei Den einen ignoriere ich einfach mal Weil das seitdem durch die Boss ist Durch die Boss, Boss Aber offiziell haben wir einen gefunden Einen können wir craften Zwei von Naja Prozentual sind wir bei einem Sechstel Das hatte ich von vorn oben gesehen, ja Wie der von gerade Hä So Lol Ist klar Okay Ich dachte jetzt schon Keine Ahnung was du meinst Wie ich habe irgendwas übersehen Aber nee Gut Wenn du das meinst Ja Ist Es steht auch überall Dass er dem nicht sehr genau ist Und so Alles Da unten war ich ja schon In der Ecke Wollte ja gar nicht wieder runter gehen N hast du auf der Karte Okay Einen Oh 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 Wo ich gerade hinreite, ich habe... Oh, hier bin ich Mono gefallen. Oh, hier bin ich jetzt drin. Alles klar. Bitte des Fingerwebers. Aha, meine Theorie ist bewiesen. Aus diesen Urinens jumpen die Fingerkriecher. Jetzt muss ich also die Glocke läuten. Und ich werde sanft schaukeln können. Im Schoß der habenden Mutter. Mutter, bitte. Ich hirn meine Nagel. Da braucht der FP, um eins zu drüber und mag ich Nagel abzufueren. Drei Nagelständer braucht man dafür. Okay. Äh... Sonst ist hier nichts. Ja gut. Ist in Ordnung. Und da gibt es Schlimmeres im Endeffekt. Ist enttäuscht zu werden. Wohl. So, jetzt habe ich es raus. Hallo. Tschüss. Seine Kinder getötet. Mama, hier keine Ahnung, dieses... Giddingsbums ist hier weiter erkunden. Fingerruinen, danke. So. Hm, 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 hm. Ach so. Ja, die haben Nagellack. Ich habe Nagelsteine. Ja. Nee, komm her. Sollte ich schon aufheben, wenn ich will. Kann. Sollte. Möchte. Sei das. Irgendwie. Keine Ahnung. Ah, WB dazu. WB. Äh, WB. Meritierend, dass du so schreibst, dass du für 1-2 Minuten AFK... Also, dass du für 1-2 Minuten immer AFK bist. Nein. Hast kein Tod verpasst. Also, wir haben eine Herumreiterei. Und ein Kochbuch. Vielleicht, ich weiß nicht. Ja, dazu, wie kannst du nur aufs Klo gehen? Warte doch, bis ich auch aufs Klo gehe. Ach, du da unten. Ah. Okay. Wir sind fast wieder da, wo wir gestartet sind. Nur fast. Das heißt, ich gehe jetzt mal rein. In die Mitte. Oder mehr mittig, halt eben. Okay, ab in die Mitte. Da oben. Okay. 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 Let's starte. Kann man mit denen erst später was machen? Ich habe ja nicht mal interagieren oder so gesehen. Ich konnte die Träne rufen. Gumi, danke für den Raid. Untertitelung des ZDF, 2020 Dankeschön. Undead. Ich bin dann mal weg. Ja, ich auch. Ich bin auch weg. Ich wurde vom Geist in der Macht. Oh, scheiße. Das wie fast, Mo? Ja, wie war... Was hast du gemacht bei Tabletop-RPG? Pen & Paper, Dungeons & Dragons, was gibt es da noch? Was hast du gemacht? Aber... Wie soll das hier sein? Warum kann man hier nicht drin rufen? Wir haben Hexen 1, 7, 3... Okay, warte. Das hat mir jetzt nichts. Also ich kenne ein klassisches Dungeon-Dragons oder den Shadowrun. Das hat mir jetzt nichts. Das hat Kevin sich... Ist das irgendwie für den Endkampf oder sonst? Ich kann hier absolut nichts machen. Das ist es ja. Das ist das Spiel da. Kumi schreibt, ein System von Olysses ähnelt ein bisschen von... Oh. Ja, solange man Spaß dran hat. Ich hab mal selber Pen & Paper ausprobiert. Für mich war es irgendwann nichts mehr. Keine Ahnung. Ich glaube, ich hab nicht die Fantasie oder das sprachliche Geschick dafür. Also beides zusammen. Also wenn du heute Spaß hattest, ist auch alles super. Also du kannst mir mal sagen, ob das für irgendwann später ist. Oder ob ich jetzt schon was machen kann. Okay. Dann ignorieren wir das hier. Äh, das heißt, ich habe das abgeschlossen. Ja, abgeschlossen in Anführungszeichen. Das heißt, wir... Irgendwie muss es hier doch noch einen Weg nach oben geben. Wo? Da kam ich durch. Da kam ich hier raus. Kevin hat es da... Ach, Kevin ist hier gerade, wo ich jetzt gerade bin. Kevin, dann klingt... Okay, aber wo... Da kannst du mir sagen, wie es hier weitergeht. Weil ich habe den Weg gar nicht gefunden gehabt. Ja, ich habe ja den Aufwind gehabt. So, das ist einfach nur... Ich dachte schon, das sah ein bisschen seltsam aus. Na, hier hoch. Ja. Ja. Dann haben wir den Weg weiter. Hatte ich... Ne, doch, doch. Ich war hier oben. Ne, ich war... Ne, ich war unten. Ich war... Oh, ich war die Ebene weiter unten. War nicht hier oben. Aha. Das war mein Problem. Müll. War noch ein Aufwind. Dann war es das, was ich ganz kurz bei Kevin gerade gesehen habe. Ich habe nur irgendein rotes Blütenfeld gesehen. Ja, da habe ich irgendwie großartig ruhen. Komm. Alles klar. Hat er denn Zenseax nicht besiegt? Äh. Zenseax. Sorry. Äh. Yay. 1190 Leben. Aber so 2286. Hier kriegen wir ein Intro oder ich habe jetzt... Warte mal. Wenn das er ist... Warte, ich muss das wahrscheinlich nutzen. Äh. Sein Finger... Nee. Äh. Wann habe ich ihn bekämpft? Also, wann habe ich den Finger bekommen? Also, noch... Das war doch... Da ist er. Ruft Drachenkrieg mit seinem Zeichen herbei. Ja und wie? Ich sehe, keiner ruft. Oder ist das erst in der Arena dann? Kann nämlich auch gut sein. Alexander war nämlich auch erst in der Arena. Wenn der jetzt so gut ist. Ja, Bail. Das ist okay. Das ist okay. Ah. Jesus. Oder ist er jetzt irgendwie hier zu sehen? Ja, habe ich mir schon gedacht, dass er jetzt auch da ansitzt. Ah, doch. Oh. Aber immerhin habe ich Hilfe, ja nicht. Auf dem vierten Bein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja Haha, okay Kevin ist doch so ein Cheater, dass er sich online Hilfe holt Meine Fresse Also, finde ich jetzt irgendwie Keine Ahnung, ist das legitim, aber trotzdem Finde ich irgendwie kacke mir gegenüber Hat er auch verdient, dass er keine Hilfe bekommt Oh Oh nein Ich habe Eis noch raufbekommen, sehr schön Oh Ich hole gleich die Anreglerwarte raus Oh nein Das sieht so geil aus Oh mein Gott Nein, trink doch was Trink, 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 trink Also ich dachte, den Nuke-Porn ist das schon heftig, aber das ist ja noch so viel heftiger Lebe wohl 490.000 Sag's aber nicht Kevin weiter, ja Gut, Alter Jetzt wird der Junge Alter, du bist nicht mehr da, hör auf Ich gehe ja schon Er schreit immer noch herum Ah, er hat Probleme Ah, schön Ah Ah, herrlich Achso, meine So, und jetzt mit der Tante wieder sprechen Ist der Rinnenherz Blumensteinhammer Verwandt die Matchform Und erhöht die Anrufung des Drachencodes Also die haben so viel Extremverbesserung für den Drachencode und Drachenkommunion Und schmelt Stiegel Das ist absurd Ah Und dann mit Flammenblitz durch Trink und Krallknochen durchzuschlagen Einer der größten Anrufen der Drachenkommunion nutzt die furchterregende Macht von Bale, dem Schrecklichen. Kalansiert die Form des grausigen Drachen im rechten Arm, geht er mit einem freiliegenden, vom Flammenblitz durchzuckten Kreienknochen zu erschlagen. Selbst nachdem es verzehrt wurde, widersteht das pochende Herz von Bale weiterhin seine Unterwerfung und wird niemals schwächer. Eines Tages wird es sicherlich den Körper und die Seele seines Kommunionsverzehrers verbrennen. Eines Tages. Um mit einem mächtigen Gebrüll auszustoßen, das von einer Hitzewelle begleitet wird, die auf heftigen Feuerausbrüche in der Umgebung verursacht. Kevin macht schon wieder Pause. Kann Kevin schon wieder nicht mehr. Aber das ist eine gute Idee, ich mache auch mal eine kurze Pause. 10 Minuten Pause oder so. Ach lol. Ja, also ne, ich sehe es gerade. Also einige, ab und zu einige lassen sich, aber andere auch wiederum nicht. Ja, Kevin, ich habe das komplett ohne geschafft. Ha. Ja cool, aber ich habe dafür den NPC nicht getötet. Das Problem ist, wenn Kevin stirbt, äh, ne, deswegen, ich hasse diesen, diesen, diesen Koop-Modus. Du hast nur gewisse Gebiete? Und sobald der Hoss stirbt. Und sobald der Hoss stirbt, ja, startest du wieder von vorne. Ist, äh... Eben, 150. Tod war bei dem. So, äh, theoretisch riss. Nach der Pause. Hallo, bitte da. Hatte mir das länger gedauert, tut mir leid. Na, Arzt. Danke schön, bist du, Bär. Und danke fürs Trinken. Ja, dann war wir doch mal runter in den Riss. Warte, wir hatten noch oben. Ich glaube, da gab es noch etwas zu finden oder so, irgendwo abzubiegen. Auch wenn es wahrscheinlich nur eine Grebatalilie sein wird, aber mir hat da drauf. Oder auch nicht. Äh, Slashed Raid. Slashed Raid oder Name? Ich habe schon mitbekommen, dass Kevin aufgehört zu streamen. Kann es aber auch nur machen, ich weiß gar nicht, ob es, äh, Moderatoren können. Oder man dafür Editor sein muss. Achso, okay. Ah! Falsch hast du gedrückt. Oh, die Falsch hast du gedrückt. Mit Smot kann man es nicht, alles klar. Echt, haben wir getestet? Kann ich, kann ich mich nicht daran erinnern. Lass mich raten, den Riss hat Kevin auch schon komplett fertig. Er hat halt den Boss jetzt gelegt bekommen oder nicht? Vielleicht hat er das mal gesagt, er hört erstmal auf. Um erstmal zur Ruhe zu kommen oder so. Ja, Risspferd, okay. Ja, er war ja mit dem Drachen, deswegen. Ich habe mir das schon gedacht. Ah, okay. Er hat erstmal aufgehört, alles klar. Ich habe auch echt lange, äh, echt viel gestreamt heute. Von daher. Ich war froh, dass ich, äh, die Hilfe von Egon hatte. Ob ich da immer noch, ob ich nochmal mit Egon reden kann? Merkst du mir mal. Kann ja gut sein, ne? Hey. Hey. Erstmal ist es so, naja, ich bin ehrlich, außer den Waffen... Ja, verstehe ich. Also mir geht diese Übersicht ja auf den Sack. Und das ist seitdem, es ist echt schwer. Es ist einfach kein Vergleich. Relana, genau, Relana. Ja, diese. Erstmal. Es ist mit den ganzen Skardu, äh, Dingern. Aber weißt du, wie gut du denn den Segen hast, ne, Kevin? Ne, ich finde es jetzt nicht unbedingt Käse. Ich finde das schon relativ gut gewesen. Bei... Nö, du, 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 dordst no interviews. es guter frau 10 und 5 durchsucht mich dass er noch sich verarschen also es gibt eine waffe die ich jetzt für den magier gefunden habe sogar zwei also das ist eine helle bade und ein schwert katana ich werde alle weitsheitswaffen dann auch mitnehmen aber ja das dc ist bis jetzt so schwierig seitdem so von der schwierigkeit her und so vom haupten haupt tut einfach kein vergleich mehr und es ist auch echt schade dass es seitdem nur reiner dem auf dass dc ist die stärke die man hat nektar blutknospe ok je nachdem wie es läuft werde ich das dc zeit sie sein lassen bis wir dann spielen ist doch vollkommen ordnung ein tag sonst 1 hast du ja auch abgebrochen meine ganzen anrufungen so alles kann ich theoretisch aber nicht alle die von bale zum beispiel kann ich jetzt nicht damit übernehmen alle kann nur eine davon holen ansonsten kann ich relativ viel dem mit meinem charakter dem dann übertragen was ich dann noch machen werde ich finde das größte problem für mich ist einfach diese übersicht wo man hin muss wo man hin kann ich war so extrem frustriert wegen dem kartenstück das es hier gibt ich war hier oben ich habe hier alles abgesucht alles ok fast alles also so zu 90 prozent 99 prozent immer und immer die wege gegangen ich war über drei stunden oder so und habe den weg nicht gefunden bis da mal der bis bis dann mal der hinweis ja keine ahnung irgendwo woanders dann lang geht dann habe ich gedacht okay dann hier kommt man so runter darüber dann dachte ich dass der weg von irgendwie von hier unten dann ist dann habe ich hier nochmal alles abgesucht es war so schrecklich es hat mir so den spaß verdorben es war es ja aha da oben und dann die zwei neuen hellebahnen die es gibt das sind keine hellebahnen das sind verdammte gleben eine arkan eine intelligenz die intelligenz ist noch in ordnung die ist dann für den nächsten charakter aber sonst ist es heuer gewesen es gibt eine schmiede axt es gibt ein schmiede schild es gibt eine schmiede speer die intelligenz als secret boss ist offensichtlich wenn man dax aus drei gespielt hat muss man dazu nicht mal was dazu sagen was für ein secret boss von was redest du schmiede 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 sch Und die schlimmste Art von Gegner Finde ich persönlich, sind diese Steingolems Das sind einfach die unnötigsten Gegner So wie sie gemacht worden sind Äh Nein Wie fern ist das ein Secret Boss? Also ich finde die Steingolems an sich so nicht schlecht Aber sie sind einfach nur verdammt nervig zu bekämpfen So unnötig nervig Mach die Schwachstelle von mir aus größer Und wenn man die Schwachstelle kritet Dann lass die da auch richtig Schaden erleiden Und nicht nur, äh, keine Ahnung Weißt du, ich schlag normal auf die ein Ich treffe vorne, ich mach 233 Schaden circa Ich kritze die Also, ne, ich brech sie, dann kritze ich sie Ich mach etwas über 300 Schaden Wo ist der Sinn dahinter? Es macht ab so vorne und hinten keinen Sinn Das ist halt eben Die Steingolems so schwach Also das kriegt ab so kein Ne Kevin Weißt du, wie wir Weißt du, wie es sind los So eine Aussage ist Ähnlich einfach an Dark Souls 3 Weißt du, woran ich mich alles an Dark Souls 3 erinnern kann? An sehr viel? Also Das ist so bescheid Diese Aussage bringt einfach rein gar nichts Ey, wenn man Material fahren muss Obwohl Ah, die Berufsdäusche sind echt geil Ja Also die neuen Also, dass es halt eben diese neuen Kategorien gibt Die sind cool Sollte ich die noch wohl lassen? Warte mal Ne, die Wurfklinge ist komplett neu Leichtes Großschwert komplett neu Rückhandklinge, ne, komplett neu Großkartan Das, das habe ich zuerst gefunden Das heißt einfach Großkartaner Das hier zum Beispiel die Schmiedeschriftachse Die kannst du halt ihm werfen Wie ein Stark Ne Das ist so Die hier Auch für Drachenkult Drachenkommunion Es gibt so viele Sachen für Drachenkult Drachenkommunion Unter dem Schmiede, ne Erschmelztiegel Ist das schon heftig Oder hier diese gigantischen Waffen Einfach so kiesiger Hämmer Ist schon heftig Ja, das sind die neuen Zwei neuen Hellebaden Beides Schnitt und Stich Also beides, was mir rein gar nichts bringt Weil ich Standard Ich brauche Standard Schnitt und Stich würde Hätte ich genau das gleiche Dilemma wie du Oder hier Parfümflaschen Auch eine neue Kategorie Hand zur Hand Bestienklau Neue Kategorie Der Knochenbogen ist cool Mit der Fähigkeit Die wollte ich nämlich ausrüsten Ja Ne, man schießen kann Die sind auch verfolgend Das ist auch so cool Krieg los, kleiner Ok Es ist schon so Ist schon echt geil Und es gibt halt So viele neue Drachen Also so viele Anrufungen Die es neu gibt Das ist so heftig Ich meine Guck dir an Wie viele Anrufungen ich habe Kevin Alle gefunden Wie viele Zauber Habe ich bisher gefunden Das ist der einzige Zauber Den ich gefunden habe Ich rede nicht von Boss Anrufungen Boss Zaubereien Die, die man findet Sind das hier Ich meine What the fuck Was soll der Scheiß Eins, zwei, drei, vier, fünf Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Oh Vorhin der hier einfach Ne, Ritterblitzschwer Oh Als ich Oh What the fuck Oh Gott ey Das ist voll so Schlimm So Gehen wir mal weiter Ich verstehe immer nicht Was Kevin mit In the secret boss meint Aber lass Ignorieren wir es einfach Ich weiß nicht mal Ob das jetzt gerade Der richtige Weg ist Oder vom hier aus Der richtige Ach keine Ahnung Also meine ist Ja das weiß ich Das hat man zu mir auch schon gesagt Also geschrieben privat Weil es eigentlich nicht Im Stream haben wollte Oh bitte Gewährt mir den Mut Zu euren Füßen Liegen Meine Liebste Sanktrina Was für eine Geste Muss man hier machen Es kommt mir schon irgendwie so vor Als müsste man hier eine Geste machen Aber welche Hier Sonst drei Doppeldämon Meinst du die Dämon Prinzen Also Ist doch kein secret boss Hä Wie Kevin Wieso redest du von einem secret boss Wenn das kein secret boss ist Hä 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 Die muss man doch machen Um das DC Also weiter durch Weiter ins DC Durch zu gehen Hä Inwiefern ist das ein secret boss Okay Hier habe ich gerade FP regeneriert Wie was bist du Hier Da kommt das Pferd Ach so meinst du das Oh mein Gott Dann drück dich klarer aus Jetzt Schlag doch zu Junge Ja Ja Eben Was für ein Gilebos Okay Ja Ist in Ordnung Und secret schreibt man übrigens mit Kevin Und dazu schreibt man mit S Möchte ich nur angemerkt haben Achja Hiski für den Fall hast du es vergessen Das Zauber und Anrufung kann man nicht droppen Auch Kevin Kann man Kann man nicht Hä Wir haben doch das eine Mal Äh Die Zauber und so alles gedroppt Für einen anderen Charakter Das hat man gemacht Wo ich ja von Anfang an die Kristall Spirale hatte Auf jeden Fall Zack wechseln Also ich Gott Gott man definitiv Damals Kann sein dass es ja neben dem Seenless lag Ja da sind meine Rune Ja da sind meine Rune Was nerviger Gegner Was nerviger Gegner Ne 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 Die auch sonst nach vorne ist einfacher Die ist einfach hier nur nervig Die nervt hier einfach nur Eine Idee Blutpferd auf unsere Blutwaffe Ja Fünf Jahre langer Fall Ernsthaft du fängst damit an Danke Geil Nett Also Blutung oder Eis Habe ich bei dem nie getriggert bekommen Hab den Tränen mit dem Drachenkanal An der Asche runtergekloppt Ah Tripped Mal gucken Mal sehen dass er blutungsresistent ist Fünf Jahre später Ich mache ich bei Mesmer Feuerraum Wenn man rollt hier einfach langsam Das ist so widerlich War Warum Der Kämpfer Willst du nicht wissen Was es neue Zauber dafür gibt Ich finde seine Musik toll Danke Das ist eine indirekte Frage Das ist eine indirekte Frage Das hätte es nicht direkt Wertwand müssen Das ist jetzt Ein schöner Spoiler für mich Ne Obwohl es ein guter Spoiler ist Dem stimme ich mal zu Wie soll man denn ausweichen Junge Das ist nervig Komm einfach nicht zum angreifen Kevin ist es doch scheißegal Ob ich Buff Zauber nutze Oder nicht Warum geht es doch gar nicht Es geht jetzt darum Dass wir gespoilert haben Dass es keine Buff Zauber gibt Neue Ja Ja das war jetzt der letzte Trank Ernsthaft Schon wieder Wie soll man das Ey das ist Boah Kein Schaden Mess mal Feuer Oder Hässliches Fett Bitter Gucken wir mal Wie gut das wird Ich hatte Waffen Dann schaut mal Ob es sonst noch Waffe Zauber gibt Habe ich Ist ja trotzdem Vollkommen Endeffekt Egal Also ne Ich gucke nicht Mit Absicht nach Ob es irgendwas Neues gibt Und will es auch nicht Wissen In der Hinsicht Ah da hinten Ah Dort war ich weit weg Von der Stelle hier aus Der bewegt sich auch so viel Bleib doch mal stehen Was ist Was, das gibt mir Ruhen? Oh, oh, das macht gar keinen extra Schaden. Ist das das Problem? Sollte er gar keine Ruhen haben. Ah. Hm, 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 hm. 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 Junge. Junge. Lass dich angreifen. Okay. Okay, da kommt einfach noch... Ist okay, ist okay. Ist okay, ist okay. Richt man ab. Nö, da kommt noch mehr. Ist okay. What? Was sollte das denn? Was sollte das denn? Könnte für Farben nützlich sein? Nö, Quatsch. Das wird zu wenig. Ich glaube nicht. Ich glaube, das geht auch nur für direkte Treffer. Was sollte das denn jetzt? Das war echt... Das war kacke. Das war echt unfair. Äh. 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 Ich dachte, das ist komplett abgebrochen. Bei mir kommt auch noch mehr von... Ey, es ist... Es war... Wie gesagt, das war einfach nur ungefähr. Was für Mana, Kevin. Ich werde mir doch keine Mana-Trink jetzt reinnehmen. Ooh. Ne. Die macht mir zu wenig Schaden dafür. Die hat zwar echt gutes Brechen, aber... Der bewegt sich auch zu viel. Man kann ihm ausrollen. Alles klar. Okay, gut. Zu wissen. Danke. Was für ein nerviger Gegner, ey. Danke, dass ich gehe. Das wäre ein Level gewesen, hätte ich mir einen Ruhn vorne raufheben können. Jetzt einfach beim Feuerspringen können. Hätte, hätte. Wusste ich vorher nicht, Kevin. Habe ich nicht ausprobiert. Jetzt ist es auch zu spät, das zu... Egal. Was haben wir denn hier? Ein lullender Ast. Ein in dem Skadu-Baum ein gehauen ist echt nur der Feuernisritter. Die Macht des Namengebers kann durch Fingerlesern erschlagen. Jegliches verdorbenes Fleisch wird irgendwann zu Feuernis. Und dieser Klumpen davon kostete vom Nektar Sanktrinas. Und ich ihm ewige Ruhe gewährt wurde. So kam es, dass die Feuernis zu ihrem Ritter wurde. Okay. Und hallo. Ah, wie ist das Gesicht? Oder am Nektar erquicken. Ich meine, es ist lila. Gute Nacht. Okay. 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 Okay, äh. Okay. Was? Was? Hä? Was soll das? Hä? Hä? Was hat das hier für Sinn und Zweck? Ist ja dieses Gesicht da drin. Und sonst nichts. Hä? Hä? Ah, das ist Sanktrina. Ah, okay. Ja, trotzdem. Ja. Nichts passiert. Nur mein Trink ist runtergeflogen. Aber war zu. Endlich mal gefunden. Was? Ich meine, wurde immer wieder angespielt. Na, wie der Name war, sonst. Ja, hi. Äh. Und mit, oder? Die schlimmsten Sachen in der DC sind einfach. Hier, guck mal. Hier Schmiedesteine. Hier hast du Dunkelschmiedesteine. Hier hast du Gräbertalien. Hier hast du das und das. Und dann so. Ja, gut. Wir legen daran auf die eine Sache. Ist in Ordnung. Damit man die ganzen Waffen auf plus 10 kriegen kann. Aber man kann doch vorher alles finden und kaufen schon. Also, wo muss ich jetzt lang, um weiter runter zu kommen? Nämlich keine Ahnung mehr, wie ich hier hinkam überhaupt. Ich bin von dort. Ja, aber dann? Wie bin ich dann gegangen? Doch, dann hier. Oder nicht? Ja, ich laufe mit dem ganzen Asern herum. Ja, klar. Aber du hast die doch auch alle auf Maximum. Ist jetzt irgendwie dämlich? Okay, ja, ja. Dann setz mich mal kurz auf. Ich bin gerade einfach nur dumm. Blind. Nee, ich kam von da oben. Ich bin da runtergesprungen. Ja, gut. Das ist doch der richtige Weiterweg. Was? 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 Das war alles? Okay. Aber dann ist es an sich da auch kein Secret Boss. Ah. Fertig. Moment kurz. Ah. 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 Hm. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwas gibt. Egal. Da lang. Will mit. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Mal sprechen. Egon, danke. Aber Kevin, ich war auch kurz davor, den NPC zu töten, weil der hier herumgeschrien hat wegen Schmerzen etc. Oh. Aber er hat dann hier bei Bailey geholfen. Oder bei Bail. Oh, sein Großbogen. Und seine Klangpip. Okay. So, dann müsste ich. Ich habe irgendeine Ahnung. Ich gucke einfach da nochmal nach. Ich habe da irgendwie zu wenig gefunden gehabt. Vielleicht bin ich auch einfach an irgendwas vorbeigelaufen. Damit habe ich nur noch den Berg. Na. Ich habe keinen Bock auf diesen Boss. Oder nahezu fällt dir noch irgendwas ein, was ich machen könnte. Was ich machen kann. Wirklich? Okay. Hier, nee. Hier muss was. Oh. Wie habe ich dich das eine Mal übersehen? Ja, ne? Das Spektrallänze. So heftig. Nein, der macht das. Oh. Der beschwirkte Skelette. Okay, alles klar. Okay. Alles klar. Au. Au. Mann, ihr tut weh. Hört auf damit. Was? Ach Gott, weswegen? Ich bin ganz nervig auf dem Trinken. Ich dachte, ich trinke doch die ganze Zeit. Aber ich war nicht auf dem Trinken drauf. Meine Fasse. Nein, weil die Golem Hillerbader als gigantische Waffe zählt und nicht als Hillerbader. Kommt ja auf die Waffenkategorie an. Kommt ja auf die Waffenkategorie an. Außerdem macht die Spektrallänze nicht unbedingt von der, äh, den Schaden der Waffe. Ich kann dann die Waffenfähigkeiten skalieren doch irgendwie anders. Lass dich nicht auf meine Trinken, Wawa, bitte. Und ich dachte der ganze Zeit so, warum trinke ich denn nicht? Warum heile ich mich denn nicht? Warum kriege ich kein Leben? Hallo, was soll der Scheiß? Äh, ja, schmiederschön. Danke. Komm. So, mal bitte schreien, so wie du immer machst. Danke. Huh. Kam es noch durch. Ja, dreimal sagt Glück liegt er. Aber es geht beim zweiten Mal halt eben nicht so einfach. Au. Ich war in der Animation gefangen. Und da sind 220.000 Runen weg. Yay. Egal. Warum habe ich mir die Ruhe nicht aufgehoben? Ich bin noch voll... Naja, egal. Hätte ich jetzt ein Level gehabt, wenn ich den besiegt hätte. Hallo, ich wollte meine nicht vorhandenen Runde aufheben. Was war das? Ja, Kamera. Kamera. Jetzt wird er sich hilfe. Nervig ist. Weil es nicht viel Schaden macht. Ой. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, danke Nein, lass mich doch Danke Mein Gott Gegner, die halt dem anderen Gegner Zuhilfe rufen können Danke für nichts, das ist Müll Warum despawnst du nicht? Okay Warum sind wir noch im Kampf? Hallo? Danke Ich will nicht Nee, warte, bevor ich das mache Guck mal, was die Klangperle bringt Und die vom Wie Na, das wollte ich holen Wirbel der Verwesung Ey, das ist aber frei Alles braucht glauben, ey Ein Fässer der Wirbel an Verwesender Strahlen, die kurz nach dem Aufbruch explodieren und die Umgebung in Geisterflammen tauchen In einem längst vergangenen Zeitalter wurde der Tod von Geisterflammen verbrannt Selbst die Überreste verdorbenen Fleisches wurden im Tod gleich behandelt Ah, danke, Natsu Glück werde ich brauchen Falsche Richtung Sorry Wollte euch nicht belästigen Ah Ich wollte nochmal auf seinen Tisch stehen Und der ist immer noch da Ah Irgendwas hat es hier reingebracht, aber was Ah Großpfeile Großpfeile, der mit scharfen Schotterständen übersät ist, verfügt über einen Anti-Drachen-Effekt Der gebrochene Drachenklingkrieger Drachlingkrieger Igon stellte diese inmitten seiner Qual einzeln her Um Bay, den Schreck, dich das fürchten zu lernen Also wirklich speziell Anti-Drachen-Pfeiler Cool Tausend T-Wars Nein, nein, nicht da hin Na Kevin, bist du bereit zuzugucken? Falls Kevin überhaupt noch da ist Weiß ich ja nie Sein Boden wird das Ach, Bogen Was ist denn, hä, sein Boden? Hmph Okay Das war's für heute. Das ist einfach seine zweite Phase. Und das da. Das ist die Träne. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Ernsthaft? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab's für heute. Ich hab's für heute. Ich hab' ne Idee. Ihr habt eine gute Idee So Dann macht die Trinne gar nicht mehr die zu verzaubern Das ist Ne Zeit weg Hä? Okay Alles klar Danke Oh Ja, da ist ein schön In den Bits hier zum rufen Nein Wieso geht der auch mal auf mich, Junge? Ich tue dir doch gar nichts Danke Mach nur das hier Ja, ist tot Okay Greif ich halt nicht an Ist in Ordnung Ich tue dir doch mal auf mich Ich tue dir doch mal auf mich Mein Herz Mein Herz Hat gerade gerade Wuh Oh Oh Ich weiß, wofür ich das brauche Mehr Leben zu haben Hilft halt ihm einfach Auch wenn es nicht viel ist, aber es hilft Oh, hi Okay Ich warte für die Revenge. Die Tod des Mesmer war nur der Start. Jetzt kommt der Piper, um von Marika zu holen. Sie herzellte, und all die Erdtree's denizens. In Vengeance für die Flames, meine Bläde ich wield. Wenn Michela's Redemption soothes die Ache, die in der Bühne entdeckte, Demanding blessed Vengeance And I wish not to be by him redeemed If Mikolas Redemption And I would Ich hab das jetzt auch erst Ich dachte so, hä, wie, was, 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 was war das Ich war total verwirrt, als ich das gesehen hatte Hä? Ich dachte, man kommt hier raus dann Okay Das ist ja aber nur ne Sackgasse Die hier Der Boss hier, der war geil First Try, aber war geil Oh Oh, die werden Oh, die hat ja vorher Oh, ich verstehe Okay Alles gut Die hat er vorher blockiert, die Pfeile Ich verstehe Oh died Oh 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 Irgendwie scheint es gang und gäbe zu sein alles mögliche zu verbrennen Der Schatten löst sich auf Ach das Kevin Äh 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 So ist das hier also Warte ich mich trotzdem Ja Gab's Gab's hier keinen anderen rausweg Oder gibt Ne doch sieht aus Hier müsste man irgendwie rauskommen oder nicht Weil das alles hier ne Das alles hier was ich jetzt hier so ne rechts davon Innengrenze Feht ja dem alles Ne 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 Der Nordosten fehlt komplett Ja ich guck gleich nochmal Ich will hier noch nicht hin Ich will jetzt mal kurz nochmal hier da jetzt lang gucken Äh Ne Doch 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 Aber scheint so dass Kevin ja doch noch äh nochmal versucht das Spiel zu spielen Also das hier jetzt hier zu spielen Wenn er nicht mehr zugucken will Also ich kann es vollkommen verstehen das Spiel haut von der Schwierigkeit her echt extrem rein Es ist einfach kein Vergleich mehr zu äh Mit zum Hauptspiel Mit zum Hauptspiel Das Hauptspiel war größer als einfach nur Dummheitsfehler an denen ich gestorben bin Aber hier Boah Gott O unser Turm der du im Schatten versteckt liegst O habene Hintergrund Spirale Führe ihn sicher zur größten Gottheit Und gewährst du alle Göttlichkeit der Erlösung Ja du mich auch So ein Feuer waren hier ja Stacheln Ja genau Hier ist jetzt gar nichts Ich frag mich immer warum diese Fahrstuhlschächte so tief sind Warum ist da nicht einfach keine Ahnung Boden Ich war hier Die Leiche ist einfach gespawnt Ah danke Erstmal Feuer fährt Mich irritiert dass wir zwei Sachen haben Ah Du bist jetzt schon auf mich Was hab ich dir getan Was hab ich dir getan Junge Ich hab nur raus geguckt Ah gut Der hat mich angestürmt Ah wenn da jetzt rechts leichtes Tor ist dann Ja gut Ne Ach man hätte einfach hochlaufen können Ok Ja Ja da drüben war ich Ah Gut dann haben wir von hier aus den ganzen weiter Weg Ah Aber von wo aus jetzt hier Ne theoretisch geradeaus Ich hab doch keine Ahnung Geradeaus ging ja glaube ich gar nicht Ja Ja Muss ja nach Norden Das ist vielleicht mal etwas höher ist So was Neues zu erzählen? Geheimgretos Schriftroll überreichen. Er will seinen Körper benutzen, als das Wessel ihres Königskonsort. Er hat den Herrn Mooges' Sein verborgen. Er will nur seine feine Schelle. Er begreift die Hoffnung, aber ich habe Angst, dass Tendermikla die Humiliation durch dieses Akt verpasst. Eine Sache ist sicher. Mein lieber Herr, er verdient besser. Naja, sein Körper ist ja irgendwie, ja keine Ahnung, sein richtiger Körper. Und trotzdem, das Kreatur, würde sie aus meiner Bladen erreichen. Die absoluten Folle davon. Ihm von Freyas Entscheidungen berichten. Freya, von den Gästen. Sie muss sich die Neue fühlen, um ihre Religion zu reaffirmieren, bevor sie zur Krieg geht. Eine wirkliche Redmaine, sie ist. Sie ist kaum verletzt durch die Rote. Wunderschöne und verletzt durch die Rote. Wunderschöne, könnt ihr das bitte geben, Freya? Dank an dich, sie auch bekommt die Antwort, die sie braucht. Ja. Ich kann sie sehen, sie in der Freya zu verletzen. Vielleicht sollte ich nicht medle in ihre affairs, aber das ist die einzige Weg, die ich zu helfen. Darf ich den Brief lesen? Vermutlich als Antwort auf ihre... Äh, okay. Aber die Seite ist feinsäublich gefeiert, um sie vor Neugingau zu schützen. Oh. Kann er mir nicht irgendwie aufklappen oder so? Naja, naja, naja. Aber wie kommen wir nach Norden raus, ne? Was würde ich? Bitteschön. Von Sir Ansbach? To mir? What earth could it... Oh. Hmm. Hm. Yes. Of course. I see. As the Festival of War concluded, General Redan's soul met an honorable end. But kindly Mikkola wishes to revive it. Which is fine by me. I know it would pain old Jeryn. But war has always suited General Redan best. And certainly far more than any honorable death. Endless war to invigorate the soul. As befits General Redan. The great lion. Äh, der ist schwingst tot. Thank you. Now I've finally cast off my misgivings. Give my regards to honorable Ansbach. Tell him. If we should meet in battle, to face your bow would be fine enough. But to face your blade would be an honor. Reiner Löwenschild. Ah, ja gut. Kann auch sein. Brave warrior. Perhaps next time, we too, will meet on the battlefield. Ja, ja, stimmt. Radan muss ja besiegt sein, hast recht. Sie ist noch hier, okay. Aber wie kommt man nördlich raus? Äh, wie ist das Gebiet hier? Äh. Shadowkeep. Fech. Und det ist noch nicht kommend. Okay, das sieht gut. Ich finde es immer klasse, wenn Leute irgendeinen Guide machen, aber die Map nicht machen. Wenn der startet an irgendeinem Ort, wo ich keine Ahnung habe, wo das ist. Keine Ahnung, der startet irgendwie. Es sieht aus, als würde der hier starten. Irgendwo, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich habe gesehen, dass er über eine Brücke gelaufen ist. Das ist die einzige Brücke, die ich hier sehe, sind die hier. Ich habe keine Ahnung, ey. Wo ist ein Birner? Birner ist da. Ich glaube, ich weiß, wo das ist, ja. Oder? Ja, doch, doch. Der ist... Birner ist gerade... Müsste ich hier irgendwo sein. Und... Oh... 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 Ich habe keine Ahnung, was wird es mit so? Oh. Ja. Gucken wir mal kurz. Ich habe zumindest etwas gesehen. Anfang zumindest. Hier irgendwie hin. Ja, aber wie kommt er da hin? Wir gehen erstmal nach Westen raus. Nicht nach Westen? Ich folge ihm einfach mal. Dup, dup, dup. Der Junge hat ja Ausdauer. Hier vorne ist eine erste Markierung. Und dann die Leiter runter. Ich doch schon. Haben wir einen Schlüssel irgendwie gefunden? War ich doch schon. War doch nur das Gemälde. Oh mein Gott. Nee Oh mein Gott Oh Mein Okay 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 Ah Also falls Kevin irgendwie einen Hinweis fragt Sage einfach nur ein Gemälde In der Nähe von einem Gemälde Oder sowas Hat er das Gemälde überhaupt gefunden? Keine direkten Hinweise Bitte Er muss auch ein bisschen suchen Ah Ach Gott Gut aber das heben wir uns für morgen auf So für heute Für später Oh Gott da ist ein Ofengesicht über Rester Äh Ofengole mich weiß Aber ich nenne selber Ofengesicht Weil sie Ofengesichter fallen lassen Ja Damit haben wir Das jetzt hier Das heißt wir kommen wahrscheinlich irgendwie hier lang Das alles hier dann irgendwie Ja und ich dachte erst so Keine Ahnung Das ist so Das ist dieser Weg hier Ist erst ne Dazu Wie man hier hinkommt Du hattest ja auch gedacht Äh ja Circa 14 Uhr Plus Minus seitdem Ne Zwischen 14 und 15 Uhr Du wirst ja sehen Ach Gott Haben wir heute doch Viel geschafft Na ich muss eigentlich noch den Ofengolem hier besiegen Aber auf den hab ich keinen Bock Weil dieser an Stadt da drin ist Er sollte nicht so schwer sein Aber trotzdem ne Dann hab ich den Ofengolem hier zu besiegen Die beiden hier unten hab ich besiegt Ne Den und den Den hab ich besiegt Ja gut Mal gucken was hier noch alles auf uns zukommt Weil das ist jetzt noch Äh Dezent 4 Gebiet Und man darf nicht vergessen ne Das DEC ist zwar klein Aber wie viel Zeit wir schon verbracht haben Ich mein das Hauptspiel hatte ich ja An 3 Streams 10 Stunden Circa Plus halt eben den letzten Stream mit Circa Circa Stunden Durch Ja Na gut Und bitte gerne Gerne gerne